Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 293. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei unser Außenreporter Marvin. Hi. Und der Mann, der unter Beobachtung steht, der Basti. Gute, auch an unseren neuen Hörer. An den neuen, 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 neuen Hörer. Fernfahrer, Grüße. Genau, Grüße auf die bundesdeutsche Autobahn. Wir wollen reden über die Eintracht, es hat sich so ein bisschen was angesammelt, nachdem wir letzte Woche leider nicht aufnehmen konnten. Basti und mich hat es gesundheitlich einfach zerbrezelt. Der Marvin und der Dennis sind nicht vom Schreibtisch weggekommen und Frau Alex war irgendwo zwischen Arbeit und Dschungelcamp gefangen. Von daher war da letzte Woche einfach nichts zu machen. Von daher müssen wir heute ein bisschen was aufholen. Ich würde sagen, wir halten das Thema Wolfsburg ganz kurz und reden dann ein bisschen mehr über Gladbach, weil es einfach aktueller ist. Ja, wir haben gewonnen in Gladbach. Das war jetzt das zweite Mal. Meinst du in Wolfsburg erst mal? Äh, in Wolfsburg, Entschuldigung. Zweite Mal, dass wir in Wolfsburg gewonnen haben von, ich weiß nicht wie vielen Partien es da schon gab, aber eine ganze Menge. Wir haben es jetzt endlich geschafft, das zweite Mal. Und sogar mit mehr als einem Torunterschied. Ein 3 zu 1 in Wolfsburg. Ja, es war eine brutal starke Leistung. Also, dass der Eintracht da auswärts ja eh gut ist, das haben wir natürlich in der Hinserie schon feststellen können. Aber du weißt ja nie genau gegen Wolfsburg, die momentan auch einfach extrem merkwürdig zu bespielen sind. Also, das ist jetzt ein sehr unangenehmer Gegner. Da war man sich nicht ganz sicher, was man eigentlich davon halten soll. Haben wir jetzt auch die ein oder andere Partie auch schon ordentlich gespielt. Wenn wir uns jetzt angucken, jetzt ganz aktuell in Hannover gewonnen. Also, merkwürdiger Gegner. Aber die Eintracht ist aufgetreten wie eine Mannschaft, die zu Recht da oben steht. Und ich war wirklich begeistert. Denn was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass wir nicht nur das 1 zu 0 relativ früh gemacht haben durch ein herausragendes Tor von Allaire, sondern wir haben auch kurze Zeit später, gleich in der 22. schon nachgesetzt mit Schändler. Was für mich natürlich ein gutes Gefühl gibt, oder für die Fans generell ist, dass du halt merkst, okay, die Mannschaft hat das Spiel ein bisschen mehr im Griff. Für mich war das auch so, dass in der ersten Halbzeit die Eintracht wirklich die absolut dominante Mannschaft war. Ja, ist richtig. Sorge bereitet einem ja immer eher so die zweite Halbzeit. Da kommen wir ja, wenn wir über das aktuelle Spiel sprechen, dann auch nochmal drüber. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Spiel dann nach, ja eigentlich schon so kurz vor dem 2-0, aber danach dann nochmal ganz deutlich, auch viel körperlicher geworden ist. Da gab es dann viele kleine Dinge und dann musste dann ja auch irgendwann so ab der, ich weiß nicht, 35., 36. fing dann auf einmal dieser gelbe Kartensägen an. Also da hast du schon gemerkt, da war dann auf einmal Stimmung im Karton. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das hat sich ja dann durchs ganze Spiel dann gezogen. Wir wollen ja jetzt nicht in allen Ewigkeiten jetzt hier über das Spiel gegen Wolfsburg noch sprechen, aber wir können ja mal ganz kurz drüber sprechen. In der zweiten Halbzeit hast du dann schon gemerkt, okay, es gibt ein bisschen mehr in Aufbäumen der Wolfsburger. Aber ich fand, auch hier waren die klaren Chancen nicht so da, wenn ich mir überlege, dass die Eintracht direkt nach Wiederanpfiff eigentlich, zumindest ich glaube mit Boateng und auch Wolf, der ein ums andere mal immens präsent war, richtig gute Chancen sich erarbeitet hat. Also man muss auch hier sagen, dass Boateng hat zwar an dem Spiel da kein Tor geschossen, aber war es so wichtig für diese Mannschaft. Und über Wolf, da wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich doch sowieso mehr zu sprechen sein. Ja, und dann ist es aber dann so gekommen, dass wir das 1 zu 2 kassiert haben in der 66. Minute, direkt der Freistoß, eigentlich so die einzig zwingende Aktion, auch wenn das absurd ist, durch einen Freistoß. Aber Arnold, der weiß halt, wie man die Dinger verwandelt. Das hat er auch gut gemacht. Für uns dann zum Vorteil gereicht halt, dass wir, oder beziehungsweise dass Wolfsburg ja den Fehler gemacht hat, oder Diamanti, äh, Diamanti sag ich schon, Diamanta den Fehler gemacht hat, dass er sich eine gelbe Karte zu viel abgeholt hat. Eine Minute später, das hat er dazu geführt, dass das Aufbäumen der Wolfsburger überaus kurz gehalten wurde. Die Marti, äh, die Marta, ach die Marti, meine Güte, was ist heute los mit dir? Äh, die Marta, der sowieso auch kein gutes Spiel gemacht hat. Aber das hat uns natürlich absolut in die Karten gespielt. Und, ähm, umso besser für uns, denn danach war eigentlich von Wolfsburger nicht mehr ganz so viel zu spüren. Im Gegenzug habe ich das Gefühl gehabt, dass die Einwechslung der Eintracht diesmal ganz gut war. Ja, wieder in der Pan-70. Minute Jovic eingewechselt, der sich ja dann auch wieder als Joker herausstellt und dann ein Tor macht. Das soll ja auch noch in anderen Spielen vorgekommen sein. Also, ganz klar, eine wichtige, ein wichtiger Wechsel an der Stelle. Ich fand aber auch den, den Wechsel zwischen Gacinovic und Fernandez an der Stelle einfach auch wichtig, weil das einfach auch nochmal so ein bisschen mehr Stabilität dann im Mittelfeld, ähm, gegeben hat. Beim Mittelfeld muss man sowieso sagen, dass Mascarell einfach bärenstark in dem Spiel unterwegs ist und auch in den Spielen davor und auch jetzt im Vergangenen. Also, was der jetzt quasi direkt nach der langen Verletzungspause jetzt der Mannschaft da wieder an Bärendiensten leistet und wie ordentlich der im Mittelfeld agiert und dafür sorgt, dass die Bälle da ankommen und auch Boateng einfach eine ganz andere Rolle da noch mitgibt und ihm auch viel mehr Sicherheit gibt. Also, das ist ein Rückkehrer, der einfach auf so vielen Ebenen der Mannschaft hilft. Das glaubt man gar nicht. Ich verstehe das fast logisch gar nicht, wie ein Spieler nach so einer langen Verletzungspause so stark zurückkehren kann. Also, ich muss echt sagen, man hat nicht das Gefühl, als hätte hier Mascarelle in irgendeiner Weise, sag ich mal, so ein, im Wrestling heißt es Ringrost, also wenn du dann eine lange Zeit nicht mehr im Ringen warst und dich erst wieder zurechtfinden musst. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie hölzern war. Der ist sofort ins Spiel eingebunden gewesen und ist jemand, der genau weiß, wie er die Bälle zu spielen hat. Also, für mich sogar fast noch besser als zuletzt, als er davor gespielt hat. Bei ihm sitzen die Grätschen. Er ist ganz schnell wieder zu einer der Köpfe dieses Teams geworden. Das ist brutal. Ja, und da hat der Eintracht auch diese Ballsicherheit endlich gegeben, die wir vorher vermisst haben. Die gerade in diesen hektischen Phasen, wenn Eintracht trotzdem dominiert, aber eigentlich den Ball nicht haben will. Dafür war das ja mal vorher schon, der auch mal auf den Ball tritt und sagt, so Leute, beruhigt euch. Also, das ist für mich aktuell die echt fast die beste Doppelsechs in der Bundesliga, zumindest auf jeden Fall in den Top 3, die zwei. Also, die sind, ich wüsste jetzt nicht viel besserer, die mir besser gefallen würden. Nee, im Moment nicht. Und wie ihr es schon gesagt habt, ihr habt das ja in Wolfsburg gut zusammengefasst. Ich war ja noch so ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Aber die Eintracht ist da brutal aufgetreten. Das war genau die richtige Antwort auf dieses unglückliche Heimspiel gegen Freiburg. Die Eintracht ist da hingefahren und die sah aus wie eine Mannschaft, die Wolfsburg gleich gesagt hat, Leute, für euch ist wahrscheinlich hier nichts drin heute. Und das war echt beruhigend. In Verbindung mit dem Spiel, worüber wir gleich reden, hat das die Eintracht auch nochmal auf eine neue Stufe im Vergleich zur Hinrunde gebracht, finde ich. Weil die Eintracht trotzdem, auch durch die Rückkehr von Mascarell, ja, die erlangt tatsächlich diese Sicherheit, die wir uns alle erhofft haben. Und das könnte für die Bundesliga gefährlich werden. Für die Eintracht wird es gut. Aber ich bin, ich muss aufpassen, dass ich mich bremse, aber ich bin sehr, sehr euphorisch, was die Spieler betrifft und die Stimmung. Also ich kann über dieses Spiel in Wolfsburg fast gar nichts Schlechtes sagen, weil selbst als Wolfsburg nochmal wieder kam und wir alle gezittert haben, okay, jetzt fängt das schon wieder an. Selbst darauf hat die Eintracht jetzt Antworten, indem Jovic einfach dann Joker-Tor schießt. Also es ist, die Eintracht ist, glaube ich, echt ein heißer Scheiß gerade in der Bundesliga. Ja, ja. Und folglich, also dahingehend passend hat ja dann Jovic dann wirklich dann noch kurz nach seiner Einwechslung und 85. Minute ist dann, glaube ich, dann wirklich das 3 zu 1 gemacht, also einen Deckel drauf. Finde ich halt geil, weil Jovic auch jemand ist, der sich schon immer wieder anbietet und seine Chancen auch, wenn er nur kurze Zeit im Spiel ist, absolut nutzen kann. Ja, also ich meine, Wolfsburg, wir werden gleich noch aufs andere Spiel kommen, aber Wolfsburg war schon brutal, war jetzt nicht sein erstes Tor, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist echt ein Spieler, der ist wuselig, der will und da muss ich auch sagen, der hat die Eintracht einen richtig guten Griff gemacht, dafür, dass er nicht so wirklich viel Geld gekostet hat und uns hier wirklich zum Vorteil gereicht und der große, ganz große Vorteil ist, dass du jemanden auf der Bank hast, der dir im Verlauf des Spiels noch helfen kann. Ja, vor allen Dingen, der diesen Deckel drauf macht, das darf man nicht unterschätzen, wenn du dir überlegst, wie oft die schon gezittert haben und der hat es jetzt einfach zweimal beendet, dieses Zittern. Einfach Deckel drauf und das ist, gerade, dass man nicht nur auf Alain angewiesen ist oder auf die anderen, das ist noch ein weiterer Faktor, der auch dazukommt, dass du jetzt denkst, okay, selbst wenn Rebic jetzt gelb gesperrt ist, dann kommt er halt rein oder jemand an, also es ist, auch, worauf ich auch nochmal zu sprechen kommen will, weil ich glaube, es ist im Washbook-Spiel so ein bisschen richtig, es ist mir krass bewusst geworden, was Chandler eigentlich für einen Move gemacht hat oder nee, beziehungsweise Wolf, Wolf hat ja quasi Chandler von seiner eigenen Position auf die andere Seite verdrängt und Chandler ist in der Mannschaft geblieben, was ja quasi dafür spricht, dass Chandler nicht schlecht war, sondern Wolf einfach so überragend, dass Kovac sich so eine Nummer ausdenkt, nur um ihn in der Mannschaft zu haben und damit hätte ich nicht gerechnet, also dass Chandler irgendwann unser Linksverteidiger ist, wenn du mir das vor einem Monat erzählt hast, hätte ich gesagt, oh scheiße, haben wir dann wieder 800 Verletzte, aber dass Kovac die Nummer so bringt und Chandler das auch so gut annimmt, muss man ja sagen, der schießt ja auch noch ein Tor in Wolfsburg, das ist ja unglaublich, und jeder weiß, dass ich kein großer Fan eigentlich immer von ihm war, ich fand ihn immer solide und er ist ein guter Außenverteidiger, aber wenn ich Trainer wäre, Gott sei Dank bin ich es nicht, hätte ich immer Williams gestellt und Ich muss auch dazu sagen, ich war am Anfang auch skeptisch, als ich gesehen habe, Chandler auf links, da habe ich auch gesagt, um Gottes Willen, jetzt wollen wir mit aller Macht irgendwie noch einen Fehler in die Mannschaft bringen, aber man muss sagen, er bringt seine Leistung da drüben, er schießt Tore, er macht Flanken, er ist wuselig, er bringt Energie rein, aber auch das Wolf ist halt eben schafft diese, jetzt auch das, was wir am Anfang ja bei ihm so ein bisschen bemängelt haben, und dass wir gesagt haben, naja, so in der Defensive, da muss er sich noch ein bisschen anstrengen, aber hey, der ist ja irgendwie auch als Rechtsverteidiger da unterwegs und auch das kriegt er auf die Kette, also die beiden in der Kombination sind für mich die, die in der Saison einen ganz, ganz großen Sprung nach vorne gemacht haben. Ja, von dem man es auch nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ich hätte wirklich gedacht, meine Außenverteidiger sind auf lange Sicht da Koster, wenn er es nicht verletzt hätte und links. Williams, der ja jetzt irgendwie gar keine Rolle momentan spielt. Komisch, genau, das ist ein Punkt, worüber ich später vielleicht nach dem Gladbach-Spiel nochmal drüber sprechen wollen würde, weil ich das auch nicht so genau greifen kann. Wen man aber auch erwähnen muss, finde ich, in den Spielen ist Salcedo, der sich langsam diese Stabilität erarbeitet, die ich mir von ihm erhofft habe. Am Anfang war er so ein halber Wackelkandidat, da wusstest du nicht ganz genau und dann ist er aus der Mannschaft geflogen, weil er nicht gut trainiert hat wahrscheinlich und dann durch den Auswahl von Abraham wurde es ja schon so ein bisschen heiß und kalt. Ich muss aber sagen, vielleicht ist derjenige, der zumindest jetzt die nächste Zeit dieses Vakuum füllen kann und mich ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Salcedo hat für mich nochmal einen Schritt gemacht und was lustig ist, wenn ich die Spieler so durchgehe, könnte man fast über jeden einzelnen Spieler ausführlich sprechen, weil jeder irgendwie seinen Anteil an diesem Erfolg, den wir gerade haben, hat und das ist irgendwie echt geil. Das ist nicht nur Glück, sondern das ist teilweise tatsächlich auch harte Arbeit einfach und Marvin hat es ja angesprochen, das muss man auch nochmal gesondert erwähnen, wie Alain diesen Ball abschirmt und da reinwichst, das ist auch nicht normal. Das kannst du nicht verteidigen. Das ist ja also ein Tor, wo man nicht mehr zum Wolfsburger Innenverteidiger sagen kann, oh Gott, der hat geschlafen. Nein, du kannst dieses Tor nicht verteidigen, Punkt. Auf dem Moment, wo Haller den Ball annimmt, merkst du schon, da kommt keiner mehr ran und dass der das Ding halt einfach aus der Drehung so halb rechts vom Tor einfach trocken unter die Latte ohne mit der Wimper zu zucken, da war er seine sieben Millionen aber sowas von wert in dem Moment. Ich finde auch, dass er mittlerweile, der ist ja wahrscheinlich schon das Vielfache wert. Also ich habe ihn ja in meiner Kickbase-Mannschaft und da steigt ja auch der Spielerwert mit jedem Erfolg, mal davon abgesehen, dass ich absolut begeistert bin in meiner Mannschaft, weil er jede Woche irgendwie Tore bringt und damit halt auch Punkte. Ich habe ihn glaube ich auch dafür sieben Millionen mal irgendwie verpflichtet und da steht er aktuell drin mit 28,5. Also wenn ich ihn verkaufen würde, da ist zwar ein Spiel, aber da würde ich ordentlich Kohle mitmachen. Ja, also ich meine, Allaire ist einfach ein Spieler, der auch davon profitiert, dass es so hier und da doch ganz gut offensiv zusammenpasst, aber er sucht sich halt auch diese Lücken und er brutalisiert sich halt echt ganz gut durch. Er passt wie viele absolut gut in die Systeme einfach, das muss man sagen, aber Allaire hat halt den Betrag gekostet und den ist er jetzt dabei zu rechtfertigen, insofern ist das gut, aber wenn wir uns über Starter oder wie ich sagen, Leute, die einen überraschend unterhalten, dann ist es natürlich ganz klar, dass wir uns noch ganz lange hoffentlich über Wolf unterhalten werden, weil das ist natürlich auch nicht normal, dass du in einem Auswärtsspiel gegen Wolfsburg dann zwei Assists machst. Also das ist nicht wirklich zu erklären, da gehört aber auch Fleiß dazu, das ist halt genau das, was halt andere wahrscheinlich vermissen lassen, ja, aber Wolf ist jemand, der die Rolle angenommen hat vom ersten Moment an und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du dich durchbeißt, wenn du auch die Qualität hast, dass du unter Kovac die Chance bekommst und die hat er mehr als genutzt und ich denke, wir können ja jetzt hier schon fast den Deckel drauf machen auf das Spiel gegen Wolfsburg, was natürlich immens super ist, weil Wolfsburg ist halt eine Mannschaft, die dir theoretisch ja immer gefährlich werden kann, allein aufgrund der theoretischen Qualität, die die haben, aufgrund der finanziellen Verfügbarkeiten, die bei ihnen möglich sind, wenn ich mir angucke, Mali ist nicht günstig, ja, und andere, ja sowieso, ich finde, das Team ist eigentlich, ehrlich gesagt, für mich so ein bisschen ohne, ja, also jetzt mal ohne Liebe zusammengestellt, ich finde, Wolfsburg ist eine sehr merkwürdige Mannschaft, aber trotzdem haben die einfach richtig viele ganz gute Spieler, wenn die, aber mittlerweile ist Wolfsburg halt auch zu einem zweiten HSV, wo auch jeder hinkommt und einfach noch schlechter wird oder zumindest nicht besser und das war ein großer Vorteil für uns, aber der Eintracht muss da auch erstmal gewinnen und das haben sie gemacht auswärts und deswegen stehen wir mittlerweile ziemlich gut da. Ich denke, was man bei Wolf noch ergänzen könnte, das war was, was wir uns auch in den letzten Monaten und Jahren auch hier erhofft haben immer, dass wir so Spieler kriegen, die solche Spieler halt mitreißen, weil als Gatschinovic zum Beispiel hier ankam, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir da viele Spieler hatten, die so jemanden mal in die Hand nehmen und der Prinz scheint echt jemand zu sein, der von seinem Selbstvertrauen auch noch was abgeben kann. Der nimmt sich so Spieler in die Hand und sagt, ey, lass dir nichts gefallen. Ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Aigner oder Meier diejenigen gewesen wären, die sich so einen Wolf annehmen, vielleicht geht dann so eine Entwicklung auch anders. Ich glaube schon, dass der Prinz auch echt eine wichtigste, eine ganz, ganz wichtige Säule ist, auch neben dem Platz. Den Spielern, wenn er so funktioniert, wie er jetzt funktioniert, zu sagen, okay Wolf, ja, die verstehen sich gut und der gibt ihm vielleicht auch den einen oder anderen Tipp oder sagt, hier, lass dir nichts gefallen und so tritt ja auch die Mannschaft auf. Das ist ja echt ein Kompliment, dass sich mittlerweile jeder Gegner auch über uns aufregt. Die sind so ekelhaft. Das ist ja ein Kompliment an uns, dass wir echt nicht mehr, wir haben immer früher gesagt, ja, wir haben Spiele auf dem Platz, die lassen sich das Pausenbrot klauen. Mittlerweile haben wir eine Mannschaft, da stehen, die stehen alle mit einem Butterfly-Messer auf dem Schulhof und sammeln die Brote nach und nach ein und sagen, hier, was ist los? Und das gefällt mir echt sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die zweite Reihe die Kalaschnikov im Anschlag hat. Die sind nicht noch besser. Ja, und wenn es hart auf hart kommt, wenn es hart auf hart kommt, könnten die auch jemanden umbringen, glaube ich. Das ist einfach eine Mannschaft, ich glaube wirklich, viele sagen das, du hast echt momentan auch keinen Bock gegen die Eintracht zu spielen. Das ist super. Aber dann lass uns mal den Schritt nach vorne machen. Trotzdem will ich jetzt, wenn der Basti das angesprochen hat, das finde ich nämlich ein sehr interessanter Punkt, da wollte ich jetzt noch ganz kurz aufgreifen. Denn ich glaube, dass der Basti das sehr gut umschifft hat, beziehungsweise eigentlich umschifft, aber skizziert hat, was wirklich die Mentalitätsunterscheidung im Vergleich zu den letzten Jahren sein kann. Ich denke auch, dass Boateng definitiv jemand ist, an dem sich andere zum einen natürlich auch, aufreiben, aber zum anderen halt auch, die gucken auf ihn und die haben ein anderes, also der hat eine Ausstrahlungswirkung. Und die Ausstrahlungswirkung nicht nur zu den Gegnern, sondern auch zu den eigenen Spielern. Das ist natürlich was anderes, als jemand wie Meier, der jetzt nicht unglaublich wortgewandt ist, ist wahrscheinlich auch ein cooler Typ und so weiter und so fort. Aber da gibt es, aber da gibt es, weißt du, da gibt es andere, ja, aber da gibt es andere Ebenen und Boateng hat halt eine ganz krasse Ausstrahlungswirkung. Natürlich aber auch dadurch, dass er eine unglaublich internationale Erfahrung hat, dass der schon Titel geholt hat, die nicht der Antalya Cup waren, weißt du, und dass der auch Nationalmannschaften gespielt hat, dass der Weltmeisterschaften kennt und so weiter und so fort. Das hat ja sonst bei uns von den Spielern kaum einer. Und diese jahrelange Erfahrung, dass mit dem Brennglas jeder auf ihn blickt. Also ich meine, Boateng ist ein Spieler, der mehr als andere Spieler so lange im Fokus war. Und irgendwann lernst du aber damit auch umzugehen. Gerade er mit dieser, glaube ich, Mischung aus Coolheit und einfach auch Dinge nicht zu nah an sich herangehen lassen. Aber auch gleichzeitig mit dem Bewusstsein, manchmal nach außen treten zu müssen. Und das ist etwas, da schauen sich andere definitiv was ab. Und ich glaube, dass es wirklich eine sehr gute Wirkung hat. Aber du hast voll kaum recht. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Genau. Dann reden wir über Gladbach und müssen da zuallererst nochmal den Herrn Wolf in den Fokus rücken. Man hat ja rechtzeitig vor dem Gladbach-Spiel bekannt gegeben, dass man Herrn Wolf jetzt dauerhaft verpflichtet hat. Man hat die Kaufoption gezogen. Er hat einen Vertrag bis 2020. Und das zeigt, dass nicht nur wir in der Lage sind, Verträge mit wahnsinnig kleinen Ausstiegsklauseln zu schreiben, sondern dass das Hannover 96 auch wunderbarerweise kann. Wir haben den guten Mann für Schlappenbe 500.000 bekommen, was für die Leistung, die er jetzt mittlerweile gebracht hat, ein mehr als vertretbarer Preis ist, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist Wahnsinn. Das kann man ruhig nochmal mit Ausrufezeichen versehen. 500.000 Euro für den. Und haben den jetzt wenigstens mal gebunden, zumindest für zweieinhalb Jahre jetzt noch. Und du kannst davon ausgehen, dass der nicht nur so eine kleine Ausstiegsklausel da jetzt drin hat, zumindest nicht nach der Leistung, die er da jetzt gebracht hat. Da wird sich Hannover auch ein bisschen ärgern, aber wir können das ja so ein bisschen nachfühlen, wir kennen das ja hier in Frankfurt. Da haben wir die ein oder andere Erfahrung mitgemacht. Und Wolf war... Ja, hat er bald auch eine Entwicklung gemacht, die man jetzt auch nicht... Das ist halt auch wieder... Ich glaube, das macht halt einfach die Mischung aus. Ich meine, hättest du einen anderen Trainer gehabt, hättest du einen Skipper gehabt, wäre die Sache nicht so gut gelaufen. Eben. Skipper hätte den gar nicht erst verpflichtet, weil der überhaupt nicht für ihn in Frage gekommen wäre. Da muss man, glaube ich, Hübner. Ich glaube, was ich gelesen habe, dass das ein Hübner-Transfer ist, der ihn beobachtet hat in der zweiten Liga, der das gesehen hat und Bobic hat das auch zugegeben, gesagt, hier, der hat den an uns herangetragen. Das muss man Hübner dann auch lassen, weil auf so einen Spieler kommen, wäre ich jetzt auch nicht gekommen, dass du jemanden, der es nicht mal in der zweiten Mannschaft von Hannover leichter hat, sagen, okay, den holen wir jetzt. Und das ist, wir waren ja sogar noch skeptisch, als er hier war. Am Anfang hat ja jeder gedacht, der wird nur hier behalten, weil er irgendwie die deutsche Quote irgendwie hochhalten muss, dass wir Localplayer hier haben oder sonst irgendwas. Und dafür hat er es echt gemacht und Marvin hat genau einen richtigen Effekt angesprochen, den ich bei Boateng auch noch ergänzen will. Das ist ja auch eine Kette, die sich irgendwie gegenseitig befruchtet. Das ist quasi Kovac, der weiß, wie er mit einem Typ wie Boateng umgehen muss, der dann gleichzeitig aber auch seine eigene Erfahrung weitergeben kann, weil er auch schwere Zeiten hatte. Also Boateng hatte ja auch in Portsmouth was, glaube ich, irgendwie nur auf dem Zimmer gehockt und hat sich ein Auto nach dem anderen gekauft und wusste nicht ganz genau, was er machen soll. Und ich glaube, dass so eine Erfahrung, so eine ungerade Fußballer-Biografie, gerade für jemanden wie Wolf, der es auch hat, gut sein kann, weil er, das ist ja dann authentisch, wenn Boateng dir erzählt, ey, Digga, ich habe auch da gesessen und habe gedacht, meine Karriere ist vorbei. Ich habe es trotzdem, guck, was ich gemacht habe. Vielleicht ist dann Wolf auch jemand, der sich genau daran ein Beispiel nimmt und der sagt, ey, und Kovac kann ihm das auch erzählen, der kann sagen, ey, ich war wahrscheinlich nie der begnadetste Fußballer, aber ich kann dir sagen, was man mit harter Arbeit erreichen kann, so. Und das ist, glaube ich, ein Effekt. Das sind viele Kleinigkeiten, die aneinandergreifen, die echt dafür sorgen, dass man das Gefühl hat und bei allem Präventiv-Pessimismus, den wir immer noch haben, oder ich zumindest, muss man sagen, nüchtern betrachtet, ist die Eintracht eine geil zusammengestellte Mannschaft mit individuellen Typen, die aber trotzdem alle zusammenhalten. Dann hast du diesen internationalen Faktor. Das ist schon überragend gerade, muss man einfach so sehen und die Eintracht steht quasi endlich auch mal in einer breiteren Öffentlichkeit sehr, sehr positiv da, dass zum Beispiel jemand von Spocks, mit dem ich im Rasenfunk war, einfach sagt, die Eintracht gehört echt zum heißesten Shit in der Bundesliga gerade. Ja, wobei ich mir da immer noch die Frage stelle, ist die Eintracht einfach so unwahrscheinlich gut geworden oder ist einfach der Rest der Liga so unwahrscheinlich schlecht geworden? Ja, da habe ich eine Theorie aufgestellt im Rasenfunk. Ich habe es ja dann hochgerechnet zu sagen, dass die Eintracht jetzt, die Eintracht ist eigentlich eine normale Überraschungsmannschaft. Wenn die Eintracht so weitermacht hat, die haben dann irgendwie, keine Ahnung, 55 Punkte. Das ist so ein bisschen mehr als Köln zum Beispiel letztes Jahr hatte, wo ich gerade fehlt, sind diese drei, vier davor, die schwächeln halt. Und das sorgt dafür, dass die Eintracht plötzlich tatsächlich mal eine Nacht auf Platz zwei verbringt. Ja. Aber dann lasst uns doch mal jetzt noch ein bisschen mehr über das Spiel reden, bevor wir über unsere Liga-Theorien sprechen. Wolf war ja auch der Erste, der in diesem Spiel, wo man von Anfang an, fand ich schon, sehr gut gemerkt hat, dass die Eintracht jetzt endlich mal diesen Heimsieg holen will, was sie am Ende ja auch geschafft hat, der in der sechsten Minute den Ball wirklich Millimeter ganz knapp am Außenpfosten vorbeischiebt. Ich glaube, auch wieder nach einer Hereingabe von Chandler, Alter, was habe ich Blut und Wasser geschwitzt in dem Moment? Ja, also ich fand, dass die Eintracht einfach von Beginn an extrem dominant aufgetreten ist, ja, und auch du hier wieder gemerkt hast, ja, Leute, hier geht was, ne, und natürlich, äh, die erste Chance, das war gleich brutal, da habe ich auch gedacht, Leute, Leute, was ist da denn eigentlich los, ja, also ich meine, das Ding hätte ja auch wirklich gut und gerne ein Tor sein können. Eigentlich müssen fast. Ja, ja, Logo, aber, ähm, ja, ich meine, du hast dann schon gemerkt, okay, das kann ruhig so weitergehen, ja. Fand ich auch, ich fand, die Eintracht war gut im Spiel, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, okay, diese, äh, diese Angst, die ich eigentlich befürchtet hatte, zu sagen, durch dieses 1-1 gegen Freien, du hast zwar wieder auch ab und zu mal, dass die sich irgendwann einreden, oh Gott, zu Hause funktioniert es nicht, davon habe ich nichts gesehen, das finde ich gut, also ich hätte mich da, glaube ich, als Spieler leichter verunsichern lassen, zu sagen, irgendwann ist es verhext. Die sind wieder so aufgetreten, wie in ganz, ganz vielen Spielen, die auch verloren wurden, wie am Anfang gegen Wolfsburg, wie am Anfang gegen Augsburg, die Eintracht ist echt oft am Anfang gut im Spiel und, äh, hat dann diese Chance, die sie nicht nutzt, aber was ich gut fand, dass die Eintracht trotzdem weiter durchgezogen hat, sich nicht hat verunsichern lassen und dann setzt sich Chandler gut durch, Boateng steht in der Mitte, auf einmal steht es 1-0. Das Ding hat aber auch sowas von gewollt, da war sämtliche Energie von, von Boateng drin, das letzte Mal, als er das so versucht hat, hat er das Ding aus zwei Meter Entfernung acht Meter übers Tor geschossen, und da, nächstes Mal hat er es aber sowas von gewollt. Ja, ja. Und das sind wichtige Momente, die quasi dann einfach dir endlich dann diesen Ertrag geben, den du vielleicht in anderen Spielen nicht hattest und dann hast du zu Hause, die Fans waren gut, es war wieder Flutlicht, die Fans waren gut drauf, das war für mich eine ganz andere Stimmung im Stadion, als zum Beispiel gegen Freiburg. In Freiburg war immer so ein bisschen Skepsis, die Stimmung war auch nicht so gut, keine Ahnung warum, irgendwie hatte jeder diese Angst und ich hatte diese Angst gegen Gladbach natürlich dann auch, weil man muss sagen, in der zweiten Hälfte den Ausgleich eventuell dann doch zu machen, aber haben sie nicht und das hat mir so gezeigt, okay, die Eintracht hört einfach nicht auf, dran zu glauben und ergibt sich nicht. Lass uns nochmal kurz bei der ersten Halbzeit bleiben, da sind ja noch so ein paar Sachen vorangegangen, bevor Boateng dann endlich das Tor gemacht hat, also man konnte auch bei dem Spiel durchaus wieder sagen, es war jetzt nicht ohne Kampf, also da gab es schon von beiden Seiten so ein immer mal wieder so ein bisschen Hauen, Schieben, Stechen. War ein unangenehmes Spiel, ja. Wir hatten in der 16. Minute, gab es den Wechsel bei Gladbach, Sommer musste verletzungsbedingt raus, da habe ich schon gedacht, Ersatztorhüter, wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so richtig warm, da geht was, dann hatten wir so diese Schrecksekunde in der 30. als Rebic den Gegenspieler einfach mal von hinten mit offener Sohle ummeht, wo ich gedacht habe, so was von dunkelrot, weil... Ja, da muss man auch mal fairerweise sagen, also der Rebic hätte sich nicht beschwenken, wenn er da vom Platz fliegt. Ne, definitiv nicht, definitiv nicht, also das war so total übermotiviert, ich habe es nicht verstanden an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann er sich echt glücklich schätzen, dass er jetzt nur die gelbe Karte gesehen hat, es ist allerdings auch wieder die fünfte, das heißt, er darf nächste Woche dann halt auch wieder pausieren, aber das war, da hatten wir echt, echt viel Glück. Ja, aber das hat die Eintracht sich trotzdem auch verdient, meiner Meinung nach. Die hat viel, viel auch Pech gehabt, wir hatten, ja, ich will es auch nicht immer wieder ansprechen, aber gegen Schalke hatten wir auch Pech, der Entscheidung gegen Wolf, jetzt hatten wir halt da mal Glück. Wir hatten, glaube ich, auch in einer Szene Glück, wo Gladbach vielleicht noch einen Elfmeter hätte kriegen können. als Boateng versucht hat, hier Verhack im Knuddelgriff des Todes auf der Fünf-Meter-Linie niederzuringen. Ja, genau. Und ich muss aber sagen, nichtsdestotrotz ist nach dem Abpfiff nicht der Eindruck gewesen, oh Gott, die Eintracht hat hier eine Bank ausgeraubt und hat echt viel Glück gehabt, sondern Eintracht hat, ich habe es oft einfach 50-50-Spiele genannt, die hat es einfach gewonnen und gegen eine Mannschaft, die man auch nicht unterschätzen darf. Also die waren auch nicht, die sind, Gladbach hat zwar jetzt nicht das modernste Spielsystem, aber die sind auch nicht umdrehen. Sie hatten Chancen, gerade so in der zweiten Minute und das muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit und das muss ich sagen, das ist etwas, was mich kolossal gestört. Ich hatte das Gefühl, wir versuchen ab der 62. Minute dieses Spiel bei einer 1-0-Führung zu verwalten und über die Zeit zu bringen. Da waren auf einmal so viele Lücken für Gladbach da und wir haben uns sowas von hinten reindrängen lassen und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Du kannst keine 30 Minuten dieses Spiel gegen eine Mannschaft für Gladbach verwalten. Das verstehe ich nicht. Nein, es ist doch genau so. Ich gebe vollkommen recht. Das darf man nicht, das hätte man anders machen sollen. Die Gladbarer haben auch oft versucht, den Torabschluss zu erzielen beziehungsweise zu suchen im Grunde und ein Tor zu erzielen. Ich habe oft gesehen, was ich ganz cool finde bei den Gladbarern ist, dass sie schon aus allen Lagen mal versuchen, draufzuhauen. Da ergibt sich natürlich auf der einen Seite eine Torschuss-Bilanz, die ein bisschen schwachsinnig ist, denn immer, wenn du versuchst, draufzuschießen, zu scheißen, draufzuschießen, heißt das nicht automatisch, dass es eine gefährliche Situation ist. Ich finde das aber, das Konzept grundsätzlich, ganz sinnvoll. Aber die Gladbacher waren schon drinnen, auch in diesem Spiel. Aber trotzdem ist halt da der Vorteil gewesen, dass die Eintracht es den natürlich auch extrem schwierig gemacht hat, das Spiel hier überhaupt einigermaßen spielen zu können. Was ich befremdlich fand, war die Tatsache, dass eigentlich Boateng bei zwei Situationen, das habe ich auch im Nachhinein noch mal gesehen, naja, mehr oder weniger eigentlich auf den Elfmeter gedrängt hat, muss man so zu sagen. Ja, weil, ihr habt es ja schon angesprochen, es gab es einmal die Szene, die nicht gehandelt wurde, die andere war dann Elfmeter. Und hier ist natürlich genau der Punkt. Das Spiel kann natürlich in eine andere Richtung gleiten, wenn der Elfmeter verwandelt wird. Und das ist, also das müssen wir uns dann schon vor Augen halten. Und dass wir dann über eine Nacht auf Platz zwei standen, hängt auch mit Glück zusammen. Aber natürlich ist es auch so, dass das Glück des Tüchtigen auch irgendwo hier eine Rolle spielt. Also wenn du nichts machst, dann wirst du zu solchen Situationen auch nicht kommen. Dass er das Ding nicht verwandelt hat, da sah, dass da können wir froh sein. Aber was mir dann auch noch gut gefallen hat, dass wir ja dann später noch mal wieder auch versucht haben, nicht nur das 1 zu 0 zu halten, sondern mal wieder ein 2 zu 0 nachzusetzen. Nicht mehr in absoluten Konsequenz, bis aufs Ende natürlich. Aber dass du dann schon gemerkt hast, okay, die Eintracht hat aber nicht diese Sicherheit verloren. Und das fand ich relativ wichtig. Und hier muss ich auch wieder, hier muss ich auch wieder zur Sprache kommen, dass auch wieder ein bis zwei gute Wechsel dabei waren. Eigentlich gut, man könnte sogar alle drei sagen. Aber ich habe mich die ganze Zeit über Barkok eigentlich aufgeregt. Also ich muss sagen, Barkok war wieder so ein nicht so das Gefühl gehabt, als wäre es so ein Spiel gewesen, hat aber im Endeffekt den entscheidenden Ball zum 2 zu 0 gespielt. Wobei man aber auch sagt, also ich habe mich auch über Barkok aufgeregt, wobei man aber sagen muss, zu dem Zeitpunkt war, oder kurz nach seiner Einwechslung, war er für bestimmt, war nicht lang, aber so 5-6 Minuten, der Einzige, der immer mal versucht hat, auch mit dem Ball mal nach vorne zu gehen, mal die Lücken, die Gladbach geboten hat, mal auszunutzen, während alle anderen halt eben nur in die Rückwärtsbewegung waren. Dass er das Ding natürlich ständig irgendwie sich verdribbelt hat und verloren hat, das steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Aber er war der Einzige, der es in dem Moment dann halt auch mal irgendwie versucht hat. Ja, aber es ist doch, aber genau, und das ist aber dann trotzdem auch einfach cool, das muss man dann sagen, dann habe ich ihn auch einen Tick zu negativ gesehen, das gebe ich ja offen und ehrlich zu. Okay, dann war das so, dann ist es ja umso besser, dass er sich dann selber noch mit einer Torvorlage belohnt hat. Über Jovic sprechen wir gleich noch, aber ich muss auch sagen, selbst in der 85. Minute der Wechsel zu Fernandes, der hat auch wieder für Sicherheit gesorgt. Also ich finde schon, diese kurzen Einwechslungen von Fernandes, die ziehen. Ja, sind wieder relativ identische Wechsel im Vergleich auch zu dem Wolfsburg-Spiel. Wieder so nach der 70. Minute, diesmal war es sogar nach der 80. Jovic als Joker im Sturm und Fernandes als, für Galcinovic, das war ja bei Wolfsburg genauso, als zusätzliche Stabilisierung im Mittelfeld, was ja hier auch wieder absolut aufgegangen ist. Ja, und das ist halt auch echt schön. Das sind auch so Dinge, so kleine Geschichten nebenbei, die dann laufen und wo es dann auch richtig reinspielt. Ja, und dann hast du natürlich dann am Ende noch den absoluten Glücksmoment, dass wir in der 93. Minute hier natürlich noch eine Sicherung des Ergebnisses sehen, indem Jovic erneut das wichtige Tor macht, das wichtige 2 zu 0, eingeleitet durch Barkok, dann ist die Situation auch komplett eskaliert. Also ich würde schon sagen, dass das ein extremer Freudenschrei im Stadion war, was du auch echt mal wieder gebraucht hast, nach diesen guten Auswärtsergebnissen, zu Hause gegen eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die wirklich keine Tekentruppe sind, siehst du, die Eintracht kann es. Die Eintracht schafft es, zu Hause gegen eine solche Mannschaft zu gewinnen. Natürlich ist es jetzt auch nicht der Ausbruch der Kreativität bei Gladbach. Man merkt schon, dass denen ein früheres Spielsystem schon ein bisschen abhandengekommen ist, aber die stehen trotzdem noch gut da. Aber an Themenabend war die Eintracht besser, natürlich mit ein bisschen Glück, aber das brauchst du in so einer Bundesliga, in der sehr, sehr viel Mittelmaß rumschwimmt und sich dann kleine Ausrufezeichen nur dadurch setzen, dass du halt mal ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr investierst. Warum wir mehr investieren, da werden wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber dann war das insgesamt schon verdient. Das einzige kleine Ding, was mich so ein bisschen erinnert hat, und das ist wirklich nur eine ganz, ganz minimale Angelegenheit, ist die Tatsache, dass wir Sippel eigentlich noch mal zu wenig getestet haben, weil ich denke, also ich finde, Sippel ist kein richtig guter Torhüter. Da hätten wir auch noch mal ein bisschen ähnlich wie die Gladbacher draufhauen können, aber gut, man kann ja alles haben. Dazu hätten wir aber vielleicht auch einfach mehr als unseren Standards machen müssen, die auch in diesem Spiel einfach wieder sowas von katastrophal schlecht waren. Ja, es gibt halt auch immer noch einfach Raum zur Verbesserung. Ja, aber diesen Raum zur Verbesserung bei Standards sehen wir jetzt seit sechs Jahren, sieben Jahren. Also da hat sich noch nichts dran gemacht. Eigentlich mal ganz kurz, wir hatten uns doch so gefreut, in Berlin war es doch, glaube ich, wo wir diesen flachen Eckball spielen und Wolf das Ding rechnen. Genau, es gibt immer mal wieder Momente, ja. Da hat sich mal was ausgedachtes. Ja, aber das haben sie danach auch, haben sie sich auch überlegt, oh, das funktioniert, das müssen wir wieder abschaffen. Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Das wäre natürlich echt noch eine Deluxe-Situation, wenn die Eintrauber-Standards gefährlich wäre, weil dann kannst du nämlich dann auch mal... Ich rede ja nicht mal davon, dass du gefährlich bist, aber dass bei einer Ecke vielleicht der Ball auch mal nicht beim Schießen schon direkt über die Tor ausliegen geht. Oder führ die Ecke halt nicht aus und mach was anderes. Das haben wir schon alles diskutiert. Das ist natürlich was, da kann man leichter drüber sprechen, wenn man quasi so ein Spiel etwas glücklich gewonnen hat und es so ein bisschen erzwungen hat. Aber ich glaube trotzdem, das wäre ganz gut, so eine Matthias-Sammer nur mal jetzt zu sagen, okay Leute, ruht euch bitte, bitte nicht aus, weil da gibt es auch noch ein paar Sachen, die man besprechen kann. Also der Marvin hat es gesagt, wir sind vielleicht jetzt mal eine Nacht auf Platz 2 gewesen, aber du kannst dieses Spiel auch unentschieden spielen und denken, okay, sollten wir mal nicht so einen guten Tag haben, könnte uns eventuell einfach ein Eckball helfen. Und das sehe ich immer noch so. Ich sehe die Spiele der Eintracht, die sind immer eng. Selbst wenn die Eintracht so dominant wie in Wolfsburg auftritt und die haben den in den ersten 20 Minuten echt gezeigt, hier Leute, bei euch geht gar nichts heute und die haben das auch so auf dem Platz gezeigt und waren immer griffig und immer schnell auf den Außen und Wolf kam ein paar Mal durch und trotzdem stand es da plötzlich 2-1 und du denkst dann trotzdem, hm. Und das ist sowas, was die Eintracht, das kann die vielleicht auch noch nicht können, aber so eine Standardsituation kann die dann trotzdem helfen. Du hast es ja gesehen, Wolfsburg ist nur durch eine Standardsituation den Freistoß ins Spiel zurückgekommen. Die hätten an dem Tag wahrscheinlich niemals einen erzielt. Und sollte die Eintracht jetzt in der restlichen Saison nochmal so einen Tag haben, würde ich mir wünschen, dass da wirklich, wie es sagt, einfach mal, ja, dass der Gegner schon ein bisschen Schiss hat und denkt, oh, oh, der hier kommt in den Strafraum. So, der ist sehr, sehr gefährlich. Und Freiburg zeigt das ja. Freiburg hat ja dann nach uns wieder sogar Leipzig besiegt mit Zweigball. Das kann ein Mittel sein. Ja, die machen sehr viele Tore durch Standards. Ich habe, glaube ich, irgendwo auch eine Statistik gelesen, dass sich Tore nach Standardsituationen häufen, was natürlich auch daraus resultiert, dass die Mannschaften viel, viel auf Neutralisierung aus sind und dass das Niveau der Bundesliga sich so ein bisschen gesenkt hat und die Leute halt denken, okay, die Mannschaften stehen alle tief, keiner will eigentlich mehr den Ball haben. Da muss man mir halt mit einer Standardsituation zu helfen wissen. Ich hoffe, die Eintracht springt auf diesen Zug noch so ein bisschen auf. Das könnte, wer weiß, ob wir es brauchen, aber das ist, lass uns lieber ein Sandwich zu viel in den Ausflugsrucksack packen als genau ausgerechnet. Also von daher wäre auf jeden Fall nice to have. Grüße an die Eckbälle. Grüße an die Eckbälle, genau. Damit haben wir es dann endlich geschafft, einen Bundesliga-Heimsieg zu erreichen in dieser Saison und haben es am Ende des Spieltages auf Platz 4 geschafft mit 33 Punkten. Zwischenzeitlich hatten wir mal mehr Punkte, andersrum weniger Punkte auf Platz 1 als auf den Abstiegsplatz. Aber so in Summe kann man sagen, wären wir jetzt gerade in einer direkten Champions-League-Qualifizierung. Ja, die Saison soll abgepfiffen werden. Es wurde schon gefordert, dass wir eine 7-Stunden-Sendung machen, wenn wir die Champions-League erreichen. Ich habe gesagt, wir machen eine 48-Stunden-Sendung rund um die Champions-League-Auslosung. Also da steht uns noch einiges an Sendeprogramm bevor. 48 Stunden. 48 Stunden am Stück. Hast du gedacht, du übertreibst mal gleich. Nein, das ziehen wir durch. Das ziehen wir durch. Du hast gerade eben gesagt, die Champions-League-Auslosung kommt, dann könnt ihr ganz viel mitmachen. Du willst über einzelne Spieler ganz ausführlich reden, dann nehmen wir uns mal zwei Tage Zeit. Muss ich dir ja beim Duschen zuschauen. Genau, wir müssen uns dann wechseln. Marvin geht jetzt mal schlafen. Ich rede jetzt mal vier Stunden weiter. Genau, so in der Art machen wir das. Nee, aber jetzt mal im Ernst, um die zwei Spiele mal zusammenzufassen, das ist tatsächlich echt so eine gefühlte Achterbahn, also das ist echt eine Achterbahn, ehrlich gesagt. Das ist eine Achterbahn, die zwischen ich will mich beruhigen und die Mannschaft beruhigt sich auch und natürlich gibt es auch noch Sachen, die schlecht sind, aber trotzdem auch zu denken. Ich denke natürlich schon wieder, stellt euch mal vor, das ist mein Lieblingssatz, stellt euch mal vor, Leute, die Eintracht gewinnt in Augsburg auch noch. Und dann denke ich mir ein, da kann man sogar gewinnen, Augsburg hat zu Hause, glaube ich, auch nicht so eine gute Bilanz. Wir haben, glaube ich, 15, ich weiß gar nicht, 15 Punkte in 10 Spielen, ich weiß nicht genau, das ist jetzt gelogen wahrscheinlich, aber die wirken auf mich zu Hause jetzt auch nicht unbesiegbar, sage ich mal. Und wie ist es bei euch? Wie viel, also ich habe es im Rasenfunk probiert zu erklären und da bin ich völlig durchgedreht, weil es so ein bisschen auf und ab der Gefühl ist zwischen, ich will realistisch bleiben, um nicht enttäuscht zu werden, ich will aber auch ein bisschen träumen und im Stadion ausrasten und am Freitag bin ich echt ausgerastet nach den 2-0, weil ich es niemals gedacht hätte, dass die Eintracht, ich hätte es niemals gedacht und ich gebe es zu, dass die Eintracht das Ding nach Hause bringt, hätte ich niemals gedacht, niemals. Doch, ich schon. Weil ich einfach diese Angst immer hatte und die Eintracht hat jetzt endlich mal dafür gesorgt, dass die einigermaßen entspannt zum Auswärtsspiel fahren kann, das hatten wir diese Saison durch diese grauenvolle Heimbilanz auch noch nicht und ich bin gespannt, wie sie damit umgeht. Ja, also bei mir, also bei mir war es so, ich war noch durch, wir hatten vor zwei Wochen gesprochen und ich denke, das kann man ruhig nochmal aufgreifen, da waren wir ja relativ negativ, trotz der damals schon guten Platzierung, aber da haben wir dann schon gesagt, ja okay, jetzt schon wieder kein Heimsieg, irgendwie nervt das und das irgendwie, wir waren einfach nicht so gut drauf und ich denke, das muss man mal so festhalten und trotz der Tatsache, dass alles ganz gut war und dann wurden wir ja jetzt in der Folgezeit dann auch ein bisschen, auch durchaus ein bisschen kritisiert, dass wir gesagt haben, ja, dass wir halt nicht so gut drauf waren, beziehungsweise dass wir uns nicht so, ja, in Jubelstürme ergeben haben, jetzt kann ich natürlich sagen, aktuell ist es jetzt eine ziemlich geile Woche gewesen, ja, und das war jetzt schon ziemlich, ziemlich geil und natürlich musst du alleine auf der tollen Ergebnisse einfach mega zufrieden sein. Bei mir ist noch so die Grundskepsis da, was mich halt freut, sind die 33 Punkte, die jetzt schon ein deutliches Zeichen setzen und die auch für mich so das erste Nahziel schon in großer, erreichbarer Nähe zeigen, alles andere werden immer noch schauen, aber natürlich ist jetzt die Möglichkeit wieder da und ich erwische mich selber dabei, gedanklich an Dinge zu glauben, an die ich zuvor im Saisonverlauf nicht so wirklich geglaubt habe. Das beschreibt es bei mir auch ganz gut, weil ich werde diese Skepsis auch noch nicht los, dafür sind die Spiele auch oft zu eng, aber einerseits finde ich die Mannschaft halt auch so geil und wenn ich von außenstehenden, ich sage mal so, das Schlimme ist für mich gerade, dass ich alles, was für mich absolut realistisch ist, beides, dass die Eintracht sowohl noch 13. wird, weil irgendwie hinten die Leute sich besinnen und aufholen, oder dass die Eintracht wirklich 4. wird. Das Problem ist, ich kann mir das wirklich vorstellen, ich kann mir wirklich vorstellen, wenn von, keine Ahnung, Schalke, Leipzig oder Hoffenheim oder Dortmund, wenn von denen noch ein, zwei abkacken, was ja gerade so ein bisschen dabei ist, also Hoffenheim ist jetzt nicht im Flow und ja gut, Leipzig sagen wir mal, die fangen sich noch, aber Dortmund kriegt vielleicht seine Probleme nicht weg und wer weiß, wie Schalke das weitermacht. Die Eintracht kann wirklich und weil das sind jetzt noch was, 14 Spiele, die möglich, dass die Eintracht in die Champions League kommt und dann sage ich euch eins, da raste ich komplett aus, das ist ja nochmal eine Stufe höher, als wir, ich würde mich ja schon über den Europapokal natürlich auch freuen, da bin ich auch noch skeptisch, aber das sind diese Szenarien, die ich immer noch drin habe. Die Saison ist jetzt schon weit fortgeschritten, aber eigentlich bin ich nicht schlauer als am Anfang der Saison, weil ich mir beides vorstellen kann. Ich kann mir sagen, okay, die Eintracht kann echt Vierter werden, die kann auch 13er noch werden und das macht mich ein bisschen wahnsinnig, weil dadurch jedes Spiel so eine krasse Bedeutung kriegt. Also es gibt, es gab ja früher in der Vergangenheit Spiele, die hat man dann so nebenbei mitgenommen. Wenn wir mal früher, ja gut, die Eintracht spielen wir in Augsburg, da gucken wir mal, spielen wir 1-1, Aigner macht 1-1, keine Ahnung, irgend sowas, aber das hat für dich nicht diese unfassbare Wichtigkeit, dass es da, natürlich hat es immer eine Wichtigkeit gehabt, aber nicht so eine, für mich hat jetzt mittlerweile jedes Eintrachtsspiel, sorgt dafür, dass ich schon zwei Tage vorher so unfassbar nervös bin, weil ich das Gefühl habe, hier geht es um was und ich habe es im Rasenfunk so genannt, ich habe das Gefühl, in dem Casino ist was falsch und wir müssen das jetzt ausrauben, weil ich denke, das wird nicht immer so bleiben, dass diese Mannschaften so schwächeln, die eigentlich über uns stehen müssten, ehrlich gesagt, also Dortmund und so, die müssen sich eigentlich ein bisschen schämen, dass wir denen so Parole bieten und ich habe es gefühlt, die Eintracht kann das wirklich, die kann diesen Casino-Raub echt durchführen dieses Jahr, kann aber natürlich auch im Ausgang mit der Beute erwischt werden und dann noch verhaftet werden, also das macht mich echt nervös. Das ist eher so der Moment, also erstmal grundlegend zu der Frage, ich war mir diesmal ziemlich sicher, dass wir dieses Heimspiel gewinnen. Kannst du mir das nächste Mal einfach per SMS schreiben, damit ich mich beruhige. Deswegen hatte ich auch einen Fünfer auf den Heimsieg gesetzt, ich hatte ja auch 2-0 getippt, habe mich aber dann doch nicht ganz getraut, auch noch das richtige Ergebnis zu tippen, das wäre natürlich nochmal eine sensationelle Quote geworden, aber egal. Aber mir geht es ein bisschen ähnlich wie bei dir, es läuft momentan zu gut und dafür kenne ich die Eintracht zu lange und ich warte eigentlich, wir sind jetzt in dem 20. Spieltag, ich warte jetzt eigentlich so ab jedem kommenden Spieltag drauf, dass dieser Einbruch kommt und nicht nur der Einbruch bei uns, sondern dass auch die anderen Mannschaften endlich mal verstehen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass eine Mannschaft wie Dortmund, Schalke, Leverkusen annähernd die gleiche Punktzahl haben, dass die Bayern mit 16, 17 Punkten da vorne weg sind, das kennt man mittlerweile, aber es kann halt nicht sein, dass die Mannschaften um uns herum, die ja alle einen auf dem Papier wesentlich stärkeren Kader haben, da halt einfach nichts von auf die Straße kriegen. Also das macht mich so ein bisschen nervös. Ja. Aber auch der andere sagt, hey, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun, überlegt euch mal, wo wir vor zwei Jahren noch irgendwie unterwegs waren. Also es ist eine absolut entspannte Saison, aber sie wird natürlich auch anstrengender, wenn du dir überlegst, wir sind irgendwann am 26. Spieltag und sind immer noch irgendwie zwei Punkte nur von Platz zwei weg. Ja. Da werde ich jetzt schon wahnsinnig. Dann kriegst du einen Koller von Tag zu Tag. Ja. Ja, also ich kann dem nicht zustimmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie entspannt ist. Das ist für mich kein Stück entspannt, das ist eine ganz andere Emotionalität, die du jetzt hast, weil du natürlich jetzt den Elfmeter einfach verwandeln willst. und ja, natürlich sind wir jetzt extrem weit vom Abstieg entfernt, aber darüber spreche ich auch erst, wenn wir die 40 Punkte haben, das hört sich absurd an, aber ich habe schon echt, ich habe schon fast Schweine vom Himmel kommen sehen, also insofern, da bin ich ein gebranntmarktes Kind, dazu kenne ich auch die Eintracht viel zu lange. Aber natürlich ist es halt aber ehrlich gesagt schon so, ja Sinn, es ist halt alles sehr unbestimmt, denn ist die Eintracht so viel schlechter? Na, ich weiß es nicht, wenn ich mir das Team angucke und das Leistungsvermögen sehe, weiß ich nicht, ob wir wirklich schlechter sind als eigentlich, auch als Schalke. Nee, nee. Das Ding ist, dass die Mannschaft schon extrem geil abliefern kann. Ja, da gebe ich dir recht, ich will auch nicht sagen, dass wir schlechter sind, aber wir viel von dem, was wir uns erarbeitet haben, holen wir rein durch den immensen Einsatz, den wir von Spiel zu Spiel da reinbringen. Gerade jetzt in den letzten beiden Spielen sind wir fünf oder sechs Kilometer mehr gelaufen als der Gegner und ich glaube einfach nicht, das heißt, ich habe die Befürchtung, dass wir dieses Pensum nach 20 Spieltagen nicht mehr über die fehlenden noch 14 Spieltage irgendwie rüber retten können. Ja, sehr wahrscheinlich. Und die anderen Mannschaften einfach einen, wir haben zwar diese Saison schon einen breiten Kader, aber die haben halt auch einen breiten Kader mit Qualität nochmal die anderen Spieler, die anderen Mannschaften und die uns damit dann so ein bisschen über kurz oder lang einfach den Rang ablaufen. Das ist so meine Befürchtung. Vielleicht hängen die sich jetzt auch 14 Spieltage noch rein und wir werden am Ende der Saison einfach Dritter und alles ist gut. Ja, aber... Was ist Gutes unterbrechen? Nein, aber... Da müssen wir den Urlaub für die nächste Saison das planen. Ich finde, der Marvin hat einen guten Punkt genannt. Ist die Eintracht wirklich so viel schlechter als Schalke? Und das ist eine Frage, die kann ich auch nicht seriös beantworten, weil da bei mir viel zu viel Emotionalität und vergangene Schäden drin sind. Du willst jetzt wieder Naldo sagen, oder? Nein, nein, ich will einfach nur sagen, dass ich... Ich kann das gar nicht seriös bewerten, was gerade abgeht, weil ich trotzdem immer wieder diesen Pessimismus extra mit einbaue. Weil, wie der Marvin gesagt hat, wir haben hier schon alles erlebt. Wir sind hier auch schon abgestiegen mit Skippe und wir kennen die Eintracht, wie es ist, wenn sie in entscheidende Spiele geht. Wir kennen die Eintracht. Ja, die Eintracht hat uns auch schon viel Freude, aber auch sehr viel Schmerz und Wut auch bereitet. Da müssen wir einfach so dafür, dass ich es mir an gewissen Stellen nicht erlauben will, rational diese Mannschaft zu bewerten, weil wenn ich das tun würde oder zumindest dem Marvin recht geben, sagen, ey, das ist eine geile Mannschaft und da sind sogar, und da will ich sogar dir widersprechen, René, da sind sogar noch ein paar auf der Bank, die auch geil sind, wo ich keine Angst hätte, wenn die reinkommen. Ja. Und das könnte, ja, den Pokal natürlich, aber der kann natürlich dich nicht so krass belasten, sorry, das geht nicht. Und die haben trotzdem, immer davor, immer vorausgesetzt, da verletzt sich jetzt nicht mehr viel, das darf man auch nicht vergessen, und Abraham kommen wieder zurück, haben wir eine Mannschaft, die jetzt schon echt geil ist, die aber eigentlich auch noch Potenzial nach oben hat, wie wir das, also wir haben viele Spiele kurz über, äh, knapp, äh, wie wir diese Potenzial plötzlich ausschöpfen und plötzlich Spiele gewinnen, ja, mit unserer Klasse, so wie Schalke das manchmal macht, 1-0 oder, ja, was, was passiert denn, wenn die Mannschaft, statt einen Schritt zurück zu gehen, was wir fürchten, einfach, vielleicht auch durch die Rückkehr von Fabian, noch einen nach vorne geht, ja, was ist denn dann? Dann werden wir Zweiter, ganz einfach. Ja, und das ist, aber das glaube ich trotzdem nicht, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich diesen Pessimismus eingebaut habe, oder, ich, also, ich glaube, ich bin der allerschlechteste Ansprechpartner, gerade, weil ich viel zu durcheinander bin, meine Gefühle zu sortieren, weil ich echt eine Anspannung verspüre, die aber natürlich trotzdem der Positivere ist, als sie in der, in der Relegationssaison war. Also, geht mir ganz genauso. Ich kann überhaupt rational diese Mannschaft nicht einschätzen, weil das schwankt auch, deswegen haben wir ja von Woche für Woche auch diese Unterschiedlichkeiten im Podcast, ich meine, das lässt sich ja auch nur dadurch erklären, dass du auf der einen Seite natürlich das Objektive siehst und du siehst, dass viele Dinge auch so vom Ansatz, vom spielerischen Ansatz gerade auswärts echt gut sind, zu Hause bekommen wir Dinge dann nicht ganz so gut gepackt, das haben wir aber bei diesem Heimspiel, unabhängig davon, dass es auch wieder sehr knapp war, ein Tick weit besser gemacht, auch dass wir über das spielerische besser gekommen sind, also das ist ja auch wirklich eine Weiterentwicklung, die man noch sehen kann, wovon ich hoffe, dass ihr auch sich über die nächsten Spiele hinaus trägt, ja, aber ansonsten ist es halt extrem schwer und ich glaube, dass es der einzige Vorteil ist, dass es den anderen Mannschaften genauso schwer geht, die Eintracht einfach einzuschätzen und deswegen solche Dinge einfach überhaupt zustande kommen, für mich der einzig große Vorteil und wir müssen echt einfach abwarten, wie es läuft, die Eintracht ist unbequem zu spielen, keiner weiß genau, was er mit dieser Mannschaft macht und es kann auch wirklich in eine andere Richtung wieder gehen, dass wir am Ende dann doch nur 43 Punkte haben, nach 34 Spieltagen und wir dann denken, ja gut, irgendwie, na jetzt ist es halt Platz 14 geworden, Platz 13, das ist jetzt nicht befriedigend, dann denkst du es halt, dann ist das auch scheiße, dann müssen wir dann auch wieder mitarbeiten, aber momentan ist echt noch was möglich, es ist extrem brutal, ich kann das rational nicht einschätzen, das Einzige, worauf wir uns definitiv stützen können, ist das, was der René auch wirklich irgendwie sagt hat, dass die Eintracht momentan sehr, sehr viel gibt, allein vom Läuferischen her, dass wir mehr Kilometer machen als andere Mannschaften, dass wir mit einer gewissen Robustheit spielen, die auch nicht jede Mannschaft an den Tag legt, das sind so die beiden Faktoren, also zwei dieser ganz kleinen Faktoren, die man festhalten kann und woran wir uns dann auch irgendwie ja, orientieren können, wo wir sagen können, das und das ist dementsprechend so einzuordnen, alles andere ist so wachsweich, mir kommt so viel Glück mit rein, das ist halt brutal, das ist halt einfach, wenn du kriegst den Elfmeter, geht der Elfmeter rein, dann sieht es wieder ganz anders aus, was soll ich denn dazu sagen, das kann ich doch nicht seriös bewerten, das ist ja auch nicht dominant. Wir sind ein Fan-Code-Klasse. Kannst du auch die Bundesliga gerade nicht seriös bewerten? Natürlich nicht. Was auch ein Vorteil für die Eintracht ist, dadurch, dass dieses Mittelfeld so unfassbar breit ist, jeden Spieltag können auch nicht alle gewinnen, also du duellierst dich ja in dieser Masse nicht mit 2-3-1, sondern mit 8 oder so und da spielen meistens schon 1-2-3 gegeneinander auch, also es gibt schon drei Spiele, wo du sagst, okay, das ist mir eigentlich egal, was haben wir jetzt nächstes Spieltag ist, glaube ich, Gladbach gegen Leipzig, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, ja, da kann ja der Eintracht nichts passieren, dann gewinnt entweder der Eintracht oder die spielen unentschieden im Idealfall. Ja, und das ist ja dann trotzdem. Ja, du hast auch noch andere Dinge, du hast Hertha gegen Hoffenheim, die nehmen sich auch gegenseitig die Butter vom Brot. Ja, und das ist ja das, was ich meine, die Eintracht kann, selbst wenn die Eintracht jetzt mal zweimal verlieren sollte, klopf, klopf, dann wirst du nicht so krass weit durchgereicht, weil die können ja nicht alle gewinnen. Ja, klar. Das ist ja so, also es gibt nicht mehr diesen Riss drin und ich bin, ich glaube, Leverkusen ist für uns unerreichbar, wenn die so weiterperformen, dann werden die wahrscheinlich Zweiter, dann hast du Bayern vorne, dann hast du wahrscheinlich Leipzig. Ja, weißt du nicht, die spielen jetzt gegen Freiburg am nächsten Wochenende, die haben es ja jetzt auch geschafft gegen Dortmund irgendwie, sich da irgendwie durchzuschieben, also die können denen auch schon das Leben schwer werden, also du kannst halt einfach, es geht schnell nach oben, es geht aber halt auch durchaus schnell nach unten, dadurch dass das halt einfach so eng ist, ja? Ja, aber das ist genau der Punkt, was du nämlich ansprichst, wir waren unzufrieden, weil wir gegen Freiburg nur einen Punkt geholt haben. Ja, ist es denn überhaupt so schlecht gegen Freiburg nur einen Punkt zu holen? Das sind genau solche Dinge, die musst du jetzt wieder in eine Relation setzen, wenn ich mir angucke, was Freiburg jetzt wieder für eine Serie teilweise hingelegt hat, ich sage, nö, war vielleicht doch gar nicht so schlecht, ne? Und dann ist vielleicht auch zu Hause so ein Punkt gegen Freiburg, gegen Schalke auch nicht so verkehrt, also es ist halt so Dinge, da ärgern wir uns, aber wenn wir das in eine Relation setzen, müssen wir sagen, okay, vielleicht doch gar nicht so dramatisch, wir müssen halt auf uns schauen, ja, und egal wie es halt geht, natürlich ist jetzt Augsburg der nächste brutalste Gegner, weil die auch wieder verdammt unangenehm zu spielen sind, haben aber gleichzeitig auch noch ihre Schwächen, es ist furchtbar, aber es ist furchtbar, weil du natürlich jetzt in diese emotionale Ebene kommst, dass du denkst, oh scheiße, jetzt ist was möglich, ja, und, und dann hast du natürlich, also ich meine, die Eintracht hat ja aktuell, also diese Woche, oder diese anderthalb Wochen seit, seit, seit Gladbach sind auf Vereins, auf Vereins nationaler Ebene vielleicht die besten anderthalb Wochen auch von sehr, sehr vielen Außenfaktoren, die du bei der Eintracht seit vielen Jahren eigentlich hattest. Von alles, die perfekten, das sind die perfekten zehn Tage, würde ich vielleicht echt mal sagen, sofern es zehn Tage, ich weiß nicht, ob ich, kann nicht rechnen, nein, aber das ist, mit allem, was passiert ist, mit allem, was drumherum passiert ist, darüber werden wir auch gleich noch sprechen, insofern ist es, es ist so schwer zu greifen, ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir jeden Tag einfach genießen und unseren besten drei, vier Mal am Tag die Tabelle angucken. Genau, und dann gucken wir jetzt mal nicht nur auf die Tabelle, sondern gucken auch mal auf Augsburg, weil das ist, wie du schon gesagt hast, der nächste Gegner, die stehen aktuell in der Tabelle auf Platz acht. Wir dürfen da am Sonntag hin, 15 30. Augsburg steht in der Heimtabelle bislang in der Tat nur auf Platz zehn. Man muss aber auch dazu sagen, bei den Spielen, die wir bislang in Augsburg hatten, und das waren fünf Stück an der Zahl, haben wir da noch nie gewonnen. Mehr als ein Unentschieden haben wir bislang aus Augsburg noch nicht mitnehmen können, und jetzt schwanken wir dann wieder zwischen eben dieser Statistik und der Statistik, dass wir in der Auswärtstabelle diese Saison auf Platz zwei stehen und müssen uns jetzt über eine Aufstellung Gedanken machen. Herr Basti, fangen Sie doch mal an. Ich würde gar nicht viel ändern. Na gut, Rehwitsch müssen wir rausnehmen, gelb gesperrt. Korrekt. Für ihn würde ich erstmal Jovic bringen, wahrscheinlich. Und den Rest würde ich so lassen, und ich würde Fabian halten und durch den freien Platz auf der Bank nehmen, würde ich dann hochschieben, dass man ihn vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht mal zehn Minuten reinbringen kann. Genau, das ist sowieso eine höhere Frage, die wir bekommen haben, so nach dem Motto, was machen wir eigentlich mit Fabian, weil eigentlich gibt es ja keinen, den du, wenn alle da sind, aus diesem Mittelfeld irgendwie. Vielleicht kann man die Frage so beantworten, dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass nie alle da sein werden. Ja. Und wenn dann nur vielleicht ein, zwei Mal und dann wird Kovac sich auf den Gegner einstellen. Also ich sehe Fabian, Fabian hat ja auch natürlich auch den Vorteil, dass er mehrere Positionen einnehmen kann. Du kannst ihn sowohl auf so eine Achterposition setzen, kannst ihn aber auch neben Allaire in die Spitze setzen, wenn Not da ist. Ich hätte jetzt auch keine Bauchschmerzen, wenn er für Rebic spielt oder also, oder mal für Gacinovic, wenn der irgendwie durchhängt oder eine Pause braucht nach dem Pokal oder sonst was. Also ich glaube nicht, dass das ein unfassbarer Faktor wird, der für Unzufriedenheit sorgen wird. Da sehe ich eher den auf der Sechs, weil da haben wir Gott sei Dank mittlerweile viele Leute und bei Stendera gab es ja auch schon so ein Murren, dass der Berater gesagt hat, ja man muss halt schauen, wie sich das entwickelt. Aber bei Fabian sehe ich es so, dass er A, weil er noch brauchen wird, um diesen wieder Marvin Ringrust abzulegen, wird er auch noch ein paar Spiele brauchen und da wird immer mal die Gelegenheit sein, glaube ich. Ich glaube, wir haben auch viele vorbelastete Spiele, dann jetzt, Rebic ist jetzt draußen, dann könnte er vielleicht mal in den Kader dadurch rutschen. Also ich sehe Fabian eigentlich in diesem Dreier-Mittelfeld, Boateng, Maskeria, Gacinovic, am ehesten würde ich ihn dann für Gacinovic bringen, wenn der vielleicht mal durchhängt oder sonst irgendwas. Aber ja, ich bin froh, dass wir dieses Problem haben und machen mir da keine großen Gedanken, dass das für viel Stress sorgen wird, weil ich glaube, das wird sich durch Formschwankungen, Gelbsperren, leichte Blessuren, wird sich das von selber regeln. Okay, das heißt, du würdest jetzt aber für das Spiel gegen Augsburg Jovic für Rebic reinbringen von Anfang an und ansonsten alles erstmal so belassen, wie es ist. Und dann würde ich gerne wissen, wenn ich diese Aufstellung mache, was mit Abraham ist. Das bereitet mir immer mehr Bauchschmerzen. Das dauert immer, das wird hier von Woche an, nächste Woche an, nächste Woche. Und heute habe ich, oder eben gerade habe ich gelesen, dass Bobic auf der Spobis gesagt hat, dass wir definitiv keinen mehr verpflichten werden. Ich hoffe, dass das bedeutet, dass man bei Abraham aus der medizinischen Abteilung positive Signale empfangen hat. Okay. Ja. Weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich normalerweise das fast ein bisschen später aufgemacht, aber gut. Wo soll ich jetzt überhaupt ansetzen? Also soll ich jetzt auch erstmal die Aufstellung sagen? Dann reden wir über das Thema Abra. Ja, ich stimme Basti insofern einfach zu, dass ich gut, Rebic muss raussortieren. Da würde ich Jovic, der jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, dass er mehr als verdient hat, auch mal von Anfang an aufzutreten. Würde ich Jovic stattdessen da reinsetzen, wenn wir mal sehen, wie er und Aller eigentlich klarkommen. und ansonsten hast du ja die Möglichkeit, auch durch andere Wechsel, wenn du Bacock ein bisschen nach vorne ziehst, Rigota ist auch noch da. Also ich sehe da überhaupt für mich der einzige Wechsel, den ich machen würde. Bin aber sicher, dass wir trotzdem noch mehrere Wechsel sehen, weil Kovac hat Kovac ist. Also der wird passend zum Gegner, wird er nochmal ein paar kleine Veränderungen mitnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das, was ich jetzt machen würde, wäre einfach der 1 zu 1 Wechsel, Rebic raus, dafür Jovic rein. Ja, wäre auch so die einzige Änderung, die ich in der Tat vornehmen würde. Würde mich in der Tat freuen, wenn Fabian zumindest zeitweise einen Einsatz bekommen könnte, allein um mal zu sehen, wie weit er denn ist. Ich glaube nicht, dass er so einschlagen wird wie Mascarell, aber zumindest ihn überhaupt mal auf dem Spielfeld wieder zu sehen, wäre schon mal eine sehr schöne Geschichte. Ja. So, dann lass uns, dann lass uns doch über das Thema Abraham mal sprechen. Ich glaube ja nicht, dass wir ihn so schnell wieder sehen werden und wir trotzdem keinen verpflichten. Das ist jetzt auch einfach nur so aus dem Bauch raus meine Einschätzung für dieses Thema. Ja, ich bin kein Magier und ich bin kein Hellseher und ich weiß erst recht nicht über die medizinischen Gegebenheiten Bescheid. Die halten sich auch alle im Unklaren. Für mich ist die Aussage, sofern sie de facto auch der Wahrheit entspricht, sehr, sehr problematisch. Ich denke, das haben wir alle in den letzten Wochen eigentlich auch kundgetan, dass für unsere Innenverteidigung eine weitere Verstärkung vonnöten ist. Wenn dies nicht passiert, wonach es aktuell durchaus aussieht, denke ich, kann das ein markanter Fehler sein im Verlauf der Rückrundenplanung. Das denke ich und da gehe ich von aus und das finde ich sehr, sehr problematisch, denn ich würde an der Stelle von Bobic, auch wenn das finanziellen Mehraufwand darstellt, der sich in einem beträchtlichen Maße widerspiegelt, sei es fünf bis zehn Millionen, finde ich es fahrlässig, das nicht zu tun. Ich denke, das ist leider so ein Wort, das ich wählen muss, aber ich glaube, ich finde es fahrlässig zu sagen, man verpflichtet niemanden nach, vorausgesetzt, es gäbe diese Person. Hätte Bobic gesagt, wir haben uns den Markt angeschaut und unter 10, 15 Millionen kommen wir nicht dazu, einen Spieler zu verpflichten, der unseren Ansprüchen genügt. Dann würde ich das wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders sehen, aber ich kenne den Markt jetzt nicht hundertprozentig, glaube aber, dass es da schon gewisse Möglichkeiten gibt und im Zuge dessen finde ich es nachlässig, ja und zumindest fahrlässig, selbiges nicht zu tun, denn keiner weiß, wie es mit Abraham weitergeht. Russ macht, wenn er spielt, akzeptabel bis gute Spiele. Falette hat sich einigermaßen reingefunden, Salcedo ebenso, aber ich will nicht nur darauf zählen können und wenn ich dann höre, dass der von uns viel gelobte Chandler auch schon mal in der Innenverteidigung spielen könnte, dann halte ich das für keine sinnvolle Regelung. Ja, da gehe ich eins komplett mit. Ja, aber sowas von. Weil ich sehe es auch so, ich habe bei Abraham sofort die Befürchtung gehabt, dass uns da nicht die komplette Wahrheit erzählt wird und das bestätigt sich ja, es dauerte immer länger. Ist ja auch nicht schlimm, ich kann sogar verstehen, dass das so kommuniziert wird, um keine Unruhe reinzubringen, es ist halt trotzdem ärgerlich, weil man es halt nicht einschätzen kann, wenn man jetzt weiß, okay, wenn man jetzt wirklich wüsste, Abraham kommt in zwei Wochen wieder, dann würde ich vielleicht sogar sagen, okay, dann machen wir es halt, die zwei, drei Spiele ohne Abraham und dann kommt er zurück und dann braucht man keinen verpflichten. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist. Nee, ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist sehr unsicher und dadurch, dass es unsicher ist, finde ich es auch ein bisschen nachlässig, das nicht zu tun, weil ich trotzdem auch glaube, dass ohne jetzt auch den Markt wieder Marvin nicht komplett zu kennen, aber trotzdem den Eindruck habe ich trotzdem, dass viele Spieler zur Laie angeboten werden, die bei gewissen Vereinen nicht zum Zukommen, aber es gibt viele, viele Spieler, die irgendwo unzufrieden sind und ich glaube, selbst wenn du den dann nicht brauchst, meine Güte, dann brauchst du auch nicht ganz genau, ob der das Spiel 90 Minuten ohne rote Karte übersteht. Er ist ein sehr spezieller Verteidiger, der uns in gewissen Situationen sehr gut helfen kann, aber er ist trotzdem eher sehr rustikal. Er hat sehr viele lichte Momente, wo du denkst, wo er an der Strafraumgrenze zur Grätsche ansetzt und halt einfach wirklich wie mit dem Scalpel da dem Gegenspieler den Ball wegnimmt und dann hat er wieder so das Ding, wo er einfach irgendwie fünf Meter vorm Strafraum einen Umholz, wo du auch denkst, warum? Da war doch jetzt nichts. Ja, das ist schwierig. Der hat eine wunderbare Entwicklung hinter sich, aber das ist halt kein Spieler, bei dem du sagen kannst, okay, mit dem gehe ich jetzt in Richtung Champions League und das ist halt, was wollen wir dann? Wir müssen uns hier überlegen, was wollen wir, was sind wir bereit einzusetzen, wie weit strecken wir uns jetzt noch um das maximalst mögliche, teilweise unrealistische Ziel Europa League oder eine andere internationale Qualifikationsfähigkeit, muss man sozusagen zu erzielen, wie weit wollen wir gehen? Und das ist jetzt die Frage und die muss ich halt jeder noch stellen. Ich kenne die ganzen Insituationen nicht, vielleicht ist es nicht möglich, vielleicht ergibt sich einfach nichts, vielleicht wird der erste Stein nicht umgestoßen, sodass weitere Transfers möglich sind. Alles möglich, sofern sich damit intensiv auseinander gesetzt wurde, okay, aber für mein Dafürhalten von außen finde ich es einfach problematisch, denn es wird die Zeit kommen, am 25. Spieltag, wo der eine rot gesehen hat, der andere ist verletzt, ja, und dann stehst du plötzlich da und dann hast du als einzigen in der Innenbeteiligung einen Russ und alle anderen müssen rein rotieren und dann ist, dann veränderst du das Spielsystem, weil natürlich ist es so, dass wir eine sehr, sehr coole Mannschaft aktuell haben, aber natürlich auch eine, die, wo halt gewisse, wo halt auch alles erstmal zusammenpassen muss und wenn der eine, der vorne gut gespielt hat, plötzlich nach hinten gezogen wird und sich dann neue Lücken auftun, das kannst du machen, aber das wird dann nicht hundertprozentig so zu übersetzen sein. Ja, dann sind wir bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich warte von Spieltag zu Spieltag ab jetzt drauf, dass der große Einbruch kommt, genau wegen solchen Geschichten. Ja, ich auch. Ja, ja, klar. Ich warte auch, ich will es auch nicht jinken, aber ich warte auch auf die erste Hiobsbotschaft. Die kommen irgendwie nicht, aber gut, ich will ja auch gar nichts. Es ist halt auch erst der 20. Spieltag. Das ist ja was, das haben wir ja schon probiert zu erklären, das macht einen ja verrückt, wir wissen, wir wissen ja nicht, was passiert ist. Ja, es ist halt, das ist halt, das ist halt die Brutalität dieses Fußballsports, gerade wenn du Eintracht-Fan bist und dich auf nichts verlassen kannst. Ja, du kannst dich, du kannst dich drauf verlassen, leider, muss man sagen, für alle HSV-Fans, dass der HSV in jeder neuen Saison, in der er nicht abgestiegen ist, trotzdem wieder am Abstiegsplatz rumgräbst. Du kannst dich drauf verlassen, dass wenn du Bayern-Fan bist, dass du am Ende wahrscheinlich die Titel, zumindestens ein bis zwei Titel in die Höhe streckst und dann meistens ist es mittlerweile die deutsche Meisterschaft. Das sind so Dinge. Du kannst dich drauf verlassen, dass wenn du Schalke-Fan bist, im Optimalfall relativ weit oben mitspielst, aber definitiv nie einen Titel holen wirst. Du kannst dich drauf verlassen, dass ja, keine Ahnung, dass Freiburg zumindest in der Saison, selbst wenn sie absteigen, jeder findet die irgendwie ganz sympathisch. Ja, oder du kannst dich drauf verlassen, dass wenn du Wolfsburg-Fan bist, dass ja, dass du vielleicht eine merkwürdige Saison spielst, aber es interessiert niemanden. Ja, genau. Es gibt gewisse Dinge, auf die kannst du dich einfach verlassen. Aber bei der Eintracht ist es so, der kann von Hölle bis Himmel alles in Dauerschleife passieren, im wöchentlichen Wechsel und du weißt nicht, wo du die Gräben noch suchen solltest und du weißt nicht, bei wem du dich noch entschuldigen musst dafür, dass du Eintracht-Fan bist. Und dann gibt es auch Situationen, wo du sagst, ja geil, so jetzt bin ich da, was ist los mit euch hier? Also es ist ganz, ganz schwierig. Ja, ich finde, dass man da auch, wie wir jetzt reden, man merkt halt, dass wir auch in der Tagesaktualität gefangen sind. Weil wenn wir ein bisschen den Blick höher, den Blick weitermachen würden, da Marvin und ich haben noch nicht vor allzu langer Zeit noch im Auto gesessen, sind aus Nürnberg nach Hause gefahren, waren völlig fertig. Und da hat die Eintracht gerade die Relegation gewonnen. Was seitdem passiert ist, muss man auch mal sagen, auf und neben dem Platz ist schon echt ein Sprung, der sehr, sehr hoch ist. Dass wir hier sitzen und die Mannschaft geil finden, dass die Eintracht uns coole Momente beschert hat. Alain macht ein Last-Minute-Tor. Die Eintracht hat letzte Saison schon eine geile Hinrunde gespielt. Wir haben das letzte Rückrunde erlebt, dass wir eingebrochen sind, dass es aber keine Unruhe gab und die Fans und Mannschaft trotzdem zusammenstanden. Wir haben jetzt irgendwie das Gefühl, die Eintracht geht einen Schritt weiter, teilweise echt geile Spieler. Wir haben das Gefühl, wir sind kurz davor, den ersten Spieler für über 20 Millionen Euro zu verkaufen. Je nachdem, wer das dann auch ist. Das ist alles. Ich kann dann auch andere, wir hatten glaube ich nämlich so einen Tweet von irgendjemandem, da kamen glaube ich aus der Darmstädter Richtung, Grüße, der gesagt hat, wir sollten nochmal überlegen, wo wir herkommen. Ich will nur damit sagen, wir wissen das schon, aber wir reden hier trotzdem Woche für Woche natürlich über die Tagesaktualität. Und wenn ich, wenn ich was sehe, was, ja, was eigentlich echt viel teurer ist, und ich sehe es gerade hier im Angebot, ja, dann will ich es auch haben. Und dann würde ich mich trotzdem ärgern, wenn es eine Woche später wieder leisten kann. Ja, du müsstest aber doch eigentlich wissen, dass du dir sowas halt nicht leisten kannst. Ein geiles Auto vor der Tür steht, was ich komischerweise durch einen Fehler von dem Verkäufer für 3.000 Euro kriegen kann, was normalerweise 40.000 kostet, und der merkt es nicht. Da würde ich mich trotzdem ärgern, wenn ich das, wenn ich dieses Angebot irgendwie durch irgendwelche Umstände nicht wahrnehmen könnte, auch wenn ich eigentlich weiß, okay, normalerweise hättest du eh kein Auto für 40.000 gekriegt. Also das muss man so ein bisschen in Relation setzen, zu wissen, okay, eigentlich kann ich mir das Auto nicht leisten, aber wenn es doch da jetzt steht, dann will ich ja auch damit abhauen. Ja, und ich meine, ja, und ich meine, wir bekommen selten genug diese Chance, ja, und dann ist es ganz klar, dass wir zum allerersten Mal zugreifen wollen. Ja, ich meine, wir haben feiert, wir dürfen nicht vernachlässigen, 2019 feiern wir 60 Jahre keine Schale an der Hand, wenn man so ganz brutal sein will. Ja, da, weißt du, ich meine, dann ist es so, dann haben wir 60 Jahre kein, kein, nicht mehr die Deutsche Meisterschaft gefeiert. Ja, aber wir könnten doch auch jetzt so ein bisschen vorher vielleicht nicht die Deutsche Meisterschaft feiern, aber irgendwo was kurz dahinter ist. Und dann wird im nächsten Jahr keiner mehr drüber sprechen, dass wir Dinge nicht erreicht haben, sondern was wir alles erreicht haben, trotz der Widerstände, trotz der Umstände und trotz all dem, was irgendwie dagegen spricht. Das ist dummerweise dieses mögliche Wunder, was man immer haben kann im Fußball. Und ja, vielleicht müssen wir weiter träumen in der Gefahr, dass wir in zwei Wochen wieder drüber sprechen, nachdem wir zwei Spiele verloren haben und dann irgendwie traurig sind und jetzt geht es doch nur Richtung Platz 8. Das ist alles möglich. Aber deswegen ist das, wie der René vorhin richtig gesagt hat, ja irgendwie auch ein Stück weit ein Fan-Podcast und jetzt kein absolut neutraler Taktik-Analyse-Podcast. Und über was wir auch noch nicht gesprochen haben heute, ein Wort, ist auch was, wir sind auch immer noch im DFB-Pokal. Ja. Das ist auch was, was uns noch extreme Freude bereiten könnte, wenn ich mir überlege, wie geil das in Berlin war. Also es gibt so viele Fragen und Ausfahrten, die diese Saison nehmen könnte, die echt geil sind. Und alleine, dass einem das bewusst ist und selbst wenn mein Präventiv-Pessimismus das nicht bekämpfen kann, versetzt es uns, glaube ich, alle in der Situation, dass wir, wie der Marvin es auch gut beschrieben hat, man wird halt so ein Stück weit wahnsinnig. Aber das müssen wir jetzt aushalten. Und besser so, als wenn wir jetzt irgendwie in existenziellen Nöten wären und wir gucken müssen, wie wir zum Relegationsspielen kommen. Genau. Wir sind ja nicht der HSV. So, dann lasst uns doch mal den Ausgang gegen Augsburg tippen, Herr Marvin. Sie stehen hier zuerst in der Liste. Ja, knappes, brutal, weil es ist sehr schwierig, ehrlich gesagt. Irgendwie würde ich sagen, so ein 1-0 für die Eintracht. Ein 1-0 für die Eintracht. Herr Basti. Ich sage 1-1. Du sagst 1-1. 1. Ich gehe mit Marvin und sage 0-1. Uiuiuiuiui. Genau. Das wäre echt krass. Das wäre mehr als krass, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass die anderen sich gegenseitig die Punkte wegnehmen und wir dann wieder einen Platz gut machen. Und du danach zu Hause gegen Köln spielst. Und dann zu Hause gegen Köln. Ist das nicht sogar das Karnevalswochenende, wo wir gegen Köln spielen? Ja. Ja, es ist Karnevalssamstag. Machen wir. Wir wollen uns auch nicht noch verrückter machen. Wir müssen jetzt hier auch probieren, von Spiel zu Spiel zu denken. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen in der Einleitung Karneval, in der Karnevalswoche spielen wir gegen beide Karnevalsvereine. Erst Mainz, dann Köln. Ja, eben. Das kommt auch noch dazwischen. Stimmt. Solange wir die Mainzer weghauen. Und die Kölner. Und dann dreht der Basti vollkommen am Rad. So, dann lasst uns doch mal so ein bisschen auf das Aktuelle gucken, weil wir haben noch eine, ich habe noch eine ganze DIN-A4-Seite voll mit Dingen, die wir hier besprechen müssen. Und wir sind erst seit anderthalb Stunden am Aufnehmen. Und wir haben noch nicht über die Mitgliederversammlung gesprochen. Also, wen haben wir denn da? Oder was haben wir da? Die Eintracht hat erstmal noch ein 19-jähriges Talent verpflichtet bis 2021. Ich versuche jetzt nicht den Namen von, zumindest nicht den Nachnamen auszusprechen, Marian. Habe ich jetzt nicht wirklich viel, was ich zu dem Spieler sagen kann, aber einfach der Vollständigkeit halber verpflichtet bis 2021. Kann auch seriös fast niemand was dazu sagen, außer du bist ein absoluter Insider und bist jahrelang fest verwurzelt in dem Sport, im Transfergeschehen. Das müssen wir jetzt auch nicht großartig wissen. Ich glaube, es ist erneut ein Transfer, der getätigt wurde mit einem sehr, sehr geringen finanziellen Risiko. Kovac sagt, er hat den jungen Spielen sehen, er ist angetan von seinem Talent. Und wenn es was wird, dann hast du natürlich kein Geld rausgeworfen und hast trotzdem jemanden geholt, der irgendwie sich durchsetzt. Er ist ein Spieler, der jetzt auch in der Nationalmannschaft antritt. Er hat jetzt gerade letztens sein erstes Spiel für Bosnien-Herzegovina gemacht. Das treibt ihm allein vom Marktwert natürlich auch hoch. Das ist schon allein taktisch eine sinnvolle Sache. Wir haben ihn für 400.000 geholt. Einfach mal abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass da sich was entwickelt. Aber er ist auf einer Position, wo sehr, sehr viel Kampf ist. Ganz klar. Aber dementsprechend auch ein wenig zu verlieren. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ich finde es aber an sich eine smarte Idee, so junge Talente zu verpflichten, bevor sie irgendwie drei Länderspiele gemacht haben und dann noch teurer sind. Dann müssen wir sagen, dass der Herr Meier wieder im Training ist. Im Individualtraining. Und ich glaube auch teilweise so ein bisschen im Mannschaftstraining wieder. Und dabei, ganz ehrlich, wir haben die Hörerfrage bekommen, ob wir Alex Meier diese Saison noch mal irgendwie auf dem Platz sehen. Ich würde drauf tippen, wenn überhaupt, dann irgendwie an einem der letzten beiden Spieltage, wahrscheinlich beim letzten Heimspiel, für zehn Minuten. Und dann war es das mit der Spielerkarriere aber auch so langsam, aber sicher. Hätte ich auch gedacht. Aber er hatte heute Aussagen getätigt, wo er sagt, er will die sogar nicht nur einmal spielen. Er spielt ja zweimal zehn Minuten. Also hier auf hessenschau.de habe ich das jetzt auch öfter gelesen. Und es ist ja ganz klar, ich glaube schon, dass Meier einfach noch die Geilheit hat, einfach noch weiter Fußball zu spielen. Sei das jetzt bei der Zwing, bei der Eintracht oder vielleicht in seinem Traumland USA. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber hey, wir müssen das Schwein weiter durchs Dorf jagen. Also ich meine das jetzt positiv, auch wenn es sich jetzt eben negativ angehört hat. Sehr, ja. Ja, aber ich meine das eigentlich positiv. Ich will eigentlich nur sagen, lass uns doch wieder damit arbeiten. Ja, wie geil ist es denn, wenn wir am Ende der Saison noch die Möglichkeit hätten, irgendwie Meier noch da reinzustellen. Und das Gute ist, wir haben zwei Stürmer, drei Stürmer, die alle aktuell fit sind. Alerj, Jovic und selbst Regotta. Ja, und wenn wir dann noch die Möglichkeit haben, irgendwann noch mal zu sagen, weißt du was, jetzt kann ich auch noch mal einen Meier reinstellen, dann schlackern doch die Knie, einen fitten Meier, dann schlackern doch die Knie der kommenden Gegner. Wie geil ist das denn? Weil dann habe ich noch einen mehr, eine Variable, eine Unbekannte, die dazu bringen kann, ja, die dazu führen kann, dass die Gegner sagen, scheiße, jetzt sind wir im DFB-Pokal-Fenale gegen die Eintrachten, jetzt sind die immer noch, jetzt haben die noch den Meier. Was mache ich denn damit? Das ist doch geil. Damit müssen wir arbeiten. Und also ich sehe das total positiv, wir brauchen ihn aktuell nicht, das ist das Allerbeste, weil der schlimmste Meier ist der, den du zwingend brauchst, der Beste ist der, den du einfach haben kannst, weil er da ist. Insofern, ich sehe das ganz relaxed und ich glaube, dass er ehrgeizig genug ist, um wirklich noch mal, nicht nur Alibi-Fußball zu spielen. Und das könnte noch was sein, was für uns interessant wäre. Marvin hat es angesprochen, die Zeit ist ja Gott sei Dank vorbei, wo wenn Meier sich verletzt, keiner mehr die Tore schießen kann. Wir haben uns ja trotzdem von ihm emanzipiert und so ein bisschen heimlich, still und leise, auch durch seine Verletzung natürlich. Aber es ruft ja keiner mehr und denkt, oh, hoffentlich kommt der Ball zurück, wir haben nur Graupen vorne. Nee. Selbst wenn er jetzt die ganze Saison ausfallen würde, würden wir unsere Ziele nicht korrigieren. Und dass er aber noch mal wiederkommt, selbst wenn er nur ein Tor oder zwei wichtige Tore macht, mein Gott, das ist wirklich einfach zu wissen, okay, du könntest du, wenn du willst, echt in den letzten fünf Spielen noch einsetzen, meine ich, also es wäre, mir würde das gefallen, weil wer weiß, vielleicht verletzt sich alle auch irgendwann, und dann hast du halt wenigstens Meier vorne drin und kannst mal schauen, was er so anbietet und da bin ich echt relaxed, weil diese Abhängigkeit von ihm ist weg, die Eintracht bereitet sich oder ist schon mitten in der Zeit nach Meier auch, aber er ist jetzt immer noch da. Er ist auch keiner, der wahrscheinlich groß Stunk machen wird. Also es gibt keinen Spieler, der dann gleich wieder sein Revier markiert, sondern Marvel hat es gesagt, er kann sich eh nur schwer ausdrücken. Und ich hoffe, dass er vielleicht auch für sich selber noch mal die letzten, vor allem nicht fünf Spiele machen kann und dann, ob er dann ein Faktor wird oder nicht, ist halt Bonus. Von daher sehe ich das auch genau wie der Marvel. Sehr, sehr entspannt. Ja. Dann laufen wir drauf hinaus, das erste Montagsspiel dieser Erstligasaison bestreiten zu dürfen. Am 19. Februar gegen eine Mannschaft aus Leipzig und es wurde jetzt ein Stimmungsboykott angekündigt. Ich habe jetzt noch nichts genau gelesen, wie der stattfinden soll, ob der Block leer bleibt oder ob der Block voll ist oder wann einfach die Klappe hält. Ich weiß nicht, habt ihr da jetzt schon mehr mitgekriegt? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur gehört, dass sie nicht im Stadion fernbleiben wollen, sondern einfach nur nicht die wollen quasi nicht den Rahmen für die DFL bilden, dass die ein stimmungsvolles Spiel verkaufen können. Also rechne ich damit, dass es schweigend ablaufen wird. Wie lange das dann sein wird, weiß ich nicht. Da müsste ich mich jetzt auch informieren, das ist für mich aus der Stellungnahme, die ich jetzt zumindest durch den Kicker und so gesehen habe. Geht das nicht so wirklich draus hervor? Genau, da geht das nicht draus hervor und dieses Flugblatt, was im Stadion verteilt wurde, habe ich aus alkoholtechnischen Gründen nicht mehr. Aber ich habe mir gedacht, da ist ja noch Zeit. Also ich habe mir gedacht, bis dahin werde ich es schon noch irgendwann erfahren und gucken, wie ich für mich selber bin. Aber wie seht ihr das denn? Weil ich würde denken, also so ein Protest, der nur mit Schweigen ist, der wäre mir zu, also da kann man auch gleich singen. Weil das wird im Fernsehen wahrscheinlich nicht so gut rüberkommen, ein paar singen dann sowieso. Ich würde es beeindruckender finden, zu sagen, okay, wenn man wirklich ein State, dann bleibt man, und wenn es nur eine Halbzeit ist, dem kompletten Spiel fern. Ja. Das ist natürlich immer, da hast du zwei Herzen in deiner Brust. Zu sagen, A, du lässt die Mannschaft im Stich und B, du setzt ein Zeichen. Das ist halt echt schwierig. Ich finde es von daher problematisch, weil du als Fan quasi keinerlei Möglichkeit hast, wirklich irgendwie sinnvoll aus dem Thema draus hinaus zu gehen. Also am meisten könntest du sie da treffen, wo es ihnen am meisten wehtut, nämlich im Portemonnaie. Und das schaffst du eigentlich nur, indem du es irgendwie schaffst, dass kein einziger Mensch an diesem Tag dieses Spiel sich bei Sky, nee, es wird bei Eurosport gezeigt, gell, die Montagsspiele auch bei Eurosport. Also wenn du es halt wirklich an den Fernsehbildschirmen schaffst und die Einschaltquoten halt einfach fürchterlich sind, aber das kannst du fast nicht realisieren, ob du jetzt ins Stadion gehst oder nicht, das wird den Menschen, die Fernsehlizenzen verkaufen, möglichst egal sein. Das glaube ich nämlich nicht. Genau das glaube ich nämlich nicht. Wenn du nämlich keinen Fan, wenn du keine Fans auf den Rängen hast, wenn du hier ein Geisterspiel hast, was überhaupt unemotional abläuft, das ist doch das einzige Gut, was die Bundesliga hat. Ja, aber wie viel kriegst du denn davon im Fernsehen realistisch mit? Die Kommentatoren quatschen das Zeug doch so dermaßen nieder. Aber was redet ihr jetzt, wenn keine Fans da sind oder wenn die nur nicht singen? Beides. Ja, für mich ein Unterschied noch. Also für mich ist es schon ein Unterschied, wenn die nur nicht singen und trotzdem da sind. Das macht natürlich auch einen Eindruck. Also du merkst es natürlich schon am Fernseher, wenn du die Kommandos von den Spielern hörst. Das war bei 12.12 auch beeindruckend. Das hat die auch nicht so kalt gelassen, weil die ja trotzdem das Produkt verkaufen müssen. Ich fände halt nur, wenn man wirklich dem ganzen Nachdruck verleihen will, dann sollte man vielleicht wirklich eine Zeit lang einfach komplett wegbleiben. Dann ist das Stadion leer und dann hast du nicht nur von, also du hast es nicht nur audiomäßig, sondern auch visuell zu sehen, okay, da ist jetzt gar nichts los und dann sehen die vielleicht im Ausland, oh, was ist doch los? Dann passt das vielleicht nicht. Und der Bände, die schon Sorgen machen. Es ist halt mega beschissen, weil es uns gerade eine Zeit trifft, in der wir ein bisschen am Aufhörens sind. Wenn wir jetzt Tabellen 10. werden oder 12. und wo es eh nicht so dramatisch ist, dann hätten wir ein besseres Statement setzen können. Jetzt brauchen wir gerade, das Stadion wird eh nicht voll, das wird nicht ausverkauft. Ich kenne jetzt schon sehr viele Leute, Leipzig. Genau, ich kenne jetzt schon viele Leute, die einfach nicht hinfahren können, weil sie halt arbeiten müssen und weil sie auch dann in der Zwischenzeit vielleicht heimfahren würden. Es ist einfach eine Scheißsituation, das ist eine blöde Uhrzeit, das ist ein fucking Montag, das mache ich. Und das hat jemand sehr, sehr cool gesagt, ein Fanvertreter, also einer aus der Kurwart, das haben am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung, bei der Mitgliederversammlung gesagt, ja, er würde schon gerne unter der Woche sich für die Eintracht Zeit nehmen, aber dann will er nicht zum Spiel gegen Leipzig fahren, sondern dann will er international nach Haifa fahren oder so. Und das finde ich auch, ist akzeptable Regelung, weil du das gewohnt bist. Aber an einem Montag, das wurde alles sehr gut aufgeschüsselt, auch der Grund, warum es diese Montagsspiele gibt und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr insgesamt sehr cool. Aber für mich ist es halt so, dass ich glaube, wir werden eh schon einen kleinen Fan-Einbruch haben, vielleicht 35.000 Leute, die hingehen würden. Das ist schon eigentlich für die Eintracht schlecht, und dann hast du noch eine sehr schwierige Stimmung. Ich finde es alles sehr, sehr ungut. Ich finde es alles sehr, sehr ungut. Ich finde auch, dass man da nichts richtig machen kann. Wie du es gesagt hast, wir sind in einer Situation, wo du dir vielleicht montagsabends, unabhängig vom Gegner, aber auch eigentlich den kompletten Support wünschen würdest, zu sagen, okay, wir spielen gegen direkten Konkurrenten gerade. Das wird sich bis dahin auch nicht grundlegend ändern. Gegen eine Mannschaft, die man auch echt, ja, ich lehne die auf jeden Fall sehr stark ab, um das mal, ein bisschen moderat zu formulieren. Und da hätte dieses Spiel auch so eine Hasskomponente, wo du auf den Rängen auch wirklich die Eintracht extra mal nach vorne peitschst und auspfeifst. Das ist die Variante A. Und dann hast du Variante B, zu sagen, das ist ja auch so ein bisschen ein Doppeltiermoppel. Du spielst an einem Montag, was du ablehnst, gegen den Gegner, den du auch ablehnst. Ja, das ist ja die doppelte Dramatik. Genau, dass du dann sagst, okay, nee, das ist uns zu viel, wir bleiben komplett weg. Und dann kann die DFL sich umschauen mit ihren... Aber genau, das nervt mich übrigens auch. Mich nervt nämlich natürlich die Tatsache, dass wir ausgerechnet gegen Leipzig an einem Montag spielen. Ich glaube, dass die Sache nicht ganz so dramatisch wäre, würden wir hier an einem Montag, was grundsätzlich abzulehnen ist, aber gegen Köln spielen. Also ich glaube, da würden eher noch mehr Leute sagen, ja, dann machen wir das gemeinsam. Wir gehen ins Stadion, pfeifen aber gnadenlos. Oder wir singen in der Halbzeit, machen mal aus, singen scheiß DFB oder so. Beispielsweise. 20 Minuten zusammen, du machst 20 Minuten vorm Spiel zusammen irgendwas, wo du genau... Ich wollte gerade sagen, wenn es so ein Gegner wäre wie Köln, mit denen bist du so annähernd auf einer Wellenlänge, mit denen würdest du wahrscheinlich auch die ersten 20 Minuten, dass beide Seiten vorm Block stehen bleiben und da nichts drin ist. Das würdest du mit denen auch noch irgendwie hinkriegen, aber mit Leipzig wird es da halt auch schwierig. Genau. Und das ist halt diese Schwierigkeit, die du halt hast, weil du eigentlich, sagen wir mal realistisch, eigentlich würdest du das Spiel gegen Leipzig gerne dafür nehmen, um deine Antipathie bezüglich dieses Gesamtkonstruktes zu demonstrieren. Das wird dir aber allein durch die Montagsthematik komplett weggenommen. Ja. Also es ist definitiv kein leicht zu lösendes Thema. Ich würde mir immer noch wünschen, dass die Mannschaft einfach sagt, sie geht irgendwie fünf Minuten später auf den Platz, um der DFL zu zeigen, dass es alles Idioten sind, aber ich glaube, das ist illusorisch. Ja. Das wird nicht passieren. Ja, ja, das macht, das ist aber auch nur wegen dem erhöhten Verkehrsaufkommen in Leipzig. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber die will, eine unwillkürliche Handlung im Effekt. Aber die will ich gar nicht reden, aber ist zu vernachlässigen. Ich finde es trotzdem eine schwierige Situation, wir haben es ja probiert, aufzudrösen. Ich finde das eine schwierige Situation, weil es ein Spiel ist, was mir eigentlich auch nicht passt. Aber Marvin hat es gesagt. Und wie Marvin schon sagte, eigentlich in der jetzigen Situation, wer weiß, auf welchem Tabellenplatz du dann stehst, willst du eigentlich auch die Mannschaft jetzt auch nicht ohne Support lassen. Ja, du willst auch eigentlich dieses Spiel gewinnen. Ja. Ja, das ist echt eine schwierige Sache. Ja, definitiv. Wir werden uns das Thema mal im Auge behalten und ich nehme an, dass es noch den einen oder anderen Platz bis zum 19.02. hier in dieser kleinen Sendung einnehmen wird. Was jetzt auch einen geringfügigen Platz in dieser Sendung einnehmen wird, ist Marvins ausführlicher Bericht der Mitgliederversammlung. Wir haben da für die nächsten zweieinhalb Stunden etwa eingeplant. Ja, gut, so lange wird es nicht dauern. Also anderthalb. Ja, nein, also es gibt ja jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz so dramatisch viel zu sagen. Die Sache ist halt, das hat sich über viele Stunden gezogen. Ja, ich glaube, ich war um halb elf da und bin dann irgendwann um 16.30 Uhr wieder raus. Also das war schon anstrengend. Auch wenn ich nur auf meinem dicken Bobbis gesessen habe. Aber es gab halt, erstens das und es gab wirklich viele Themen zu besprechen, viel abzuarbeiten. Ich will versuchen, einen ganz kurzen Abriss eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich meine, es ist ja alles schon niedergeschrieben, ja, aber ich fand, ich muss erst mal sagen, dass der grundsätzliche Ablauf extrem professionell war. Die Stimmung war super, ja, also war sehr positiv. Ich bin eigentlich hauptsächlich auch da deswegen hingegangen, weil ich mir nicht sicher war, inwiefern, ist ja ganz klar, der Elefant, der jetzt hier im Raum steht, ist natürlich die Thematik mit Fischer, der sich ja eine Zeit zuvor deutlich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus generell, übrigens auch gegen die, logischerweise auch gegen die AfD geäußert hat. Und da hatte man ja gedacht, oder man hätte davon ausgehen können, dass die ganzen Keyboard-Warrior, die ganzen Internet-Hoschis, die sich so wortstark darin betätigt haben, halt Peter Fischer als Person niederzuschreiben, was die eine Komponente ist, gleichzeitig aber auch noch seine Familie anzugreifen, worüber ich vielleicht auch nochmal kurz sprechen werde, und generell der Eintracht als Verein irgendwo, ja, wie soll ich sagen, nicht zu diskreditieren, oder doch eigentlich schon zu diskreditieren, und gleichzeitig zu zeigen, ja, wir sind aber bei uns, von uns gibt es sehr viele Eintracht-Fans und die wollen das nicht so stehen lassen, was Fischer sagt. Und da hätte man ja denken können, okay, okay, wenn die so viele sind, weil wie man das halt mittlerweile aus Kommentarspalten des Weiten des Internets kennt, sind circa 80 Prozent der, oder 60 bis 80 Prozent der Krawallos sind sehr Wortführer, in der Wortführerschaft und schreiben sehr viel voll. Und dann denkt man ja, gut, okay, wahrscheinlich sind es im Endeffekt im wahren Leben dann aber nur 20 Prozent, die wirklich so denken, und da denkst du aber gut, von diesen 20 Prozent können ja wirklich auch, kann es wirklich sein, dass dann eine Delegation dann zu dem, zur Mitgliederversammlung anreist. De facto war das nicht der Fall, also, ich will jetzt mal ganz kurz nach vorne springen, zu der Endabstimmung haben sich, glaube ich, irgendwie zehn Gegenstimmen, oder zehn Stimmen nicht für Peter Fischer entschieden, von über 600, über 680, glaube ich, waren es ein verschwindend geringer Teil und von denen waren auch immer noch einige noch nicht mal Gegenstimmen, sondern ein paar Enthaltungen. Also, das ist natürlich ein Erdrutschsieg, will ich mal meinen, für Peter Fischer und ein klares Statement. Da zeigt sich zum ersten Mal seit längerer Zeit, man kennt es ja von Pegida und Co., dass sie ja doch auf der Straße auch durchaus aktiv sind, die ganzen Krawalltouristen, aber, zumindest in Frankfurt, haben sie sich diesem Klima, ja, wollten sie sich diesem Klima nicht aussetzen und deswegen zeigt aber auch, dass, und das ist für mich eigentlich das wichtigste Statement an dem Tag, dass nicht nur zum einen Peter Fischer aufgrund seiner Statements intern extrem viel Rückendeckung bekommen hat, sondern auch, dass jeder dahinter steht, ja, und dass anscheinend der Pöbelmob doch gar nicht so groß ist, wie man sich das gedacht hat, ja, beziehungsweise, zumindest nicht den Mumm hat er dahin zu gehen. Ja, gut, aber das ist aber, wenn ich A sage und ich bin jetzt total der geile Held vom Erdbeerfeld und schreibe mit wütenden, ja, meine wütenden Worte im Internet nieder, dann muss ich auch endlich irgendwie die Eier haben, das dann irgendwie vielleicht in einem, sie sagen ja selbst demokratisch gewählten Umfeld, das dementsprechend kundzutun, das haben sie dann nicht geschafft, das heißt, es delegitimiert für mich eigentlich noch mehr deren, ja, deren unflädige Kommentare zum großen Teil, ja, da muss man ja auch, da muss man ja viel lesen, aber gut, ich will mich darüber gar nicht weiter echauffieren, das ist, das gehört mittlerweile anscheinend zur Diskurskultur, umso schöner, dass wir bei der Eintracht gesehen haben, dass etwas anderes herrscht und das ist natürlich auch wieder ein deutliches Zeichen, deswegen sage ich, die letzten anderthalb Wochen waren für die Eintracht halt mega brutal, auch im positiven Sinne, denn natürlich neben diesen ganzen negativen Dingen, die man dann so erfahren hat, beziehungsweise wo man mitbekam, dass die Eintracht halt auch sehr viel Anfeindungen ausgesetzt war, war auch viel Support einfach dabei und die Eintracht steht mittlerweile als Bundesliga-Verein, der sich als einer der wenigen Vereine wirklich ganz klar positioniert hat, dementsprechend gut da, dafür muss man jetzt auch viel Arbeit in Zukunft leisten, viel in Projekte wieder investieren, um dem Ganzen auch Rechenschaft zu tragen, aber das war natürlich eine geile Sache, zur Mitgliederversammlung an sich will ich noch sagen, dass ich sehr, sehr positiv überrascht bin, ob der sehr ausgewählten und durchaus positiven Kommentare, die es an diesem Tag gab, also man musste ja trotzdem immer denken, okay, vielleicht kommt die eine oder andere Wortmeldung, ich fand, das war eine sehr harmonische Situation, ich fand, die Wortmeldung, die es gab, einer hat dann versucht, ein bisschen Relevativierung zu betreiben, so von wegen, nicht alle AfD-Mähler sind Nazis und so weiter und so fort, das ist ja auch so, das kann man natürlich auch so sehen, aber gleichzeitig hat er einen sehr guten Kommentar von dem Herr Michael Zink, der, glaube ich, im Aufsichtsrat ist und der auch gesagt hat, das war für mich eigentlich das geilste Statement des Tages, der gesagt hat, das ist richtig, das ist nicht so, aber bei der NSTAP damals gab es 1933 auch nicht, waren nicht alle Wähler so, dass sie ihre Mitmenschen, jüdischen Mitmenschen ins Gas schicken wollten, aber sie haben es mit ihrer Stimme ermöglicht und danach ist alles gesagt, weil das ist halt genau der Punkt und ich denke, und ich war, gut, das ist das eine und zum anderen gab es jemanden, der Dario Minden hieß, ein sehr, sehr relativ junger, sah zumindest so aus mit einer für so junge Jahre sehr, sehr klaren Aussprache und war ganz klar, wie das Bild der Eintracht für ihn auszusehen hat und ein gutes Leitbild erstellt. Ich denke, daran kann man sich festhalten, wenn man das nochmal irgendwo vielleicht dokumentarisch sehen kann, kann ich das wirklich nur empfehlen. Da bin ich echt froh, dass es in Zeiten, gerade in heutigen Zeiten, Leute gibt, die klaren Geistes eigentlich sich das Bild der Eintracht so malen, wie es, glaube ich, im Optimalfall auch sein muss. Ja, und ansonsten kann ich sonst nur noch sagen, weg von dem Thema, dass die Ausführungen von Fischer zum einen natürlich als Antrittsrede und so weiter und so fort sehr klar waren. Ziel ist hier natürlich auch, die Stadionsituation neu zu überdenken. Ja, da hat ja dann Feldmann auch noch was dazu gesagt, der ebenfalls anscheinend an irgendeiner Lösung interessiert ist. Ich glaube, dass sich da wirklich noch mal was tut in der nächsten Zeit. Also es geht schon darum, dass die Eintracht vielleicht darüber nachdenkt oder beziehungsweise die denkt darüber nach und vielleicht wird es realisiert, dass die Eintracht vielleicht der Stadionbetreiber wird. Das heißt, dass das Geld dementsprechend eingespielt wird. Hellmann hatte dahingehend noch mal klar Stellung bezogen. Hellmann für mich eigentlich mit der fachlichen Rede des Abends. Also es war sehr, sehr klar und deutlich strukturiert, was er sich hofft für die Eintracht. Also du merkst schon, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Hellmann ist vielleicht nicht der allersympathischste Mensch, ja, aber Hellmann ist schon jemand, der ganz klar weiß, was er mit der Eintracht vorhat. Und das finde ich schon gut. Das werden wir auch in einem halben Jahr wieder kritisieren, gehe ich von aus. Aber das war, das war ziemlich, ziemlich gut, wo er dann auch zusätzlich noch diese Montagsspiel-Thematik halt auch relativ deutlich erklärt hat, wo er gemeint hat, ja, das ist aber auch nicht nur die DFL, sondern es ist halt im Endeffekt auch viele Amateurvereine, die gesagt haben, nicht noch ein Sonntagsspiel, nicht noch ein Spiel auf den Sonntag legen, das sind doch die Spieltage, wo wir als Amateure Fußball spielen können, wo wir die Leute haben, wo wir aber vielleicht auch ein paar Zuschauer haben. Also es ist auch eine Amateurinitiative gewesen, da gilt es auch irgendwie Rechnung zu tragen. Also es ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert und hier war eine sehr große Versachlichung der Diskussion. Es gab einige Wortbeiträge dann auch von Fans, die gesagt haben, das würden sie trotzdem nicht gut finden. Finde ich insgesamt ein sehr rationaler Diskurs, sehr gut geführt und ich bin auch froh, dass wir nicht jedes Jahr oder nicht alle sechs Monate so einen Sechs-Stunden-Marathon haben, aber wie er jetzt gewählt wurde und mit dem Endergebnis dann das Fischer am Ende des Tages 99 Prozent bekam, muss ich sagen, Chapeau. Ja, und es zeigt, dass die Eintracht zumindest in dem Rahmen, der am Sonntag da war, durchaus gefestigt ist. Das kann immer wieder zu, es kann immer wieder zu Entgleisungen kommen, sage ich mal, aber das kam für mich sehr, sehr gut rüber als Traditionsverein, auch als Verein, der innerlich mit sehr, sehr vielen Sportarten gefestigt ist und ich sehe, blicke positiv in die Zukunft. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, ist, dass bei der EV, dass es auch hier nochmal eine Erweiterung des Geländes geben soll. Was haben sie genannt? Haben sie es Profi-Campus genannt. Und da gibt es ja auch eine deutliche, ja, eine konsequente Erweiterung. Irgendwann mal, glaube ich, was haben sie gemeint, mit 21 professionellen, hauptamtlichen Mitarbeiter angefangen, mittlerweile sind sie bei 131. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Das ist jetzt, das hast du mir nicht aufgeschrieben, das habe ich im Kopf, also man kann auch sagen, weit über 100. Ja, und das geht halt immer so weiter, je größer alles, je professioneller alles wird, desto mehr Leute, müssen auch angestellt werden. Aber die nächste positive Zahl, über 50.000 Mitglieder, das ist natürlich auch eine Hausnummer und ich glaube, es werden täglich mehr, wenn ich mir anschaue, in den Weiten des Internets, dann, dass nicht nur der ein oder andere Krawallo-AfDler sich jetzt dazu bereit erklärt hat, Eintracht-Mitglied zu werden, sondern, und das sehr positiv, noch viel mehr in der positiven Richtung von Leuten, die genau sowas ablehnen und eigentlich für eine diskriminierungsfeindliche, äh, feindliche, für ein diskriminierungsfeindliches Umfeld sind, ist das richtig gesagt? Ja, genau, diskriminierungsfeindlich ist richtig gesagt, genau, ähm, und wenn ich dann sehe, dass sich zum Beispiel Politiker wie von Notz oder so mittlerweile auch dazu entschlossen haben, Eintracht-Mitglied zu werden, ist doch nicht das Allernegativste, was jetzt so erreicht wurde. Und damit ist mein, äh, Monolog, mein 15-Minuten-Monolog über die Mitgliederversammlung eigentlich beendet, aber wenn ihr Fragen habt, schießt gerne los. Wie war so allgemein die, die Stimmung? Ähm, ja, also ich finde, ich fand die Stimmung, äh, super gut. Also ich, ich muss sagen, ich fand die Stimmung extrem gut, sehr harmonie, würde ich sagen harmoniebedürftig, aber doch schon, äh, mit dem, mit dem Ziel, wir wollen demonstrieren, dass wir gewisse Werte haben, nach außen transportieren und was mir halt auch extrem gut gefällt, sind so die kleinen Dinge. Fischer ist natürlich, der kann halt labern, ne, ist halt extrem guter Mensch, äh, der auch gut vernetzt ist, aber der ist, der, der strahlt genau diese gleiche Sympathie zu einem Ehrenmitglied aus, was irgendwie 55 ist und jetzt im Hallenhalmer gewonnen hat, der ist genauso sympathisch wie zu den Leuten, die irgendwie im Spitzensport-Tabellenplatz zwei erreicht haben oder irgendwie eine Silbermedaille geholt haben, der hat diese, dieses, genau dieses gleiche Näheverhältnis, dieses heimelige, natürlich auch mit seinen eigenen Eigenheiten und so weiter, aber das ist halt, das ist schon geil, also ich meine, ähm, ich würde jetzt nie sagen, ah ja, Peter, du machst jetzt, äh, du machst jetzt meine Steuer, das würde ich ihm jetzt nicht sagen, ne, dass er das, aber, aber es ist halt jemand, dem lege ich dieses, dieses Amt trotzdem, also, ich lege ihm das in seine Hände, weil ich glaube, der macht das gut und ich merke, dass er das gut macht und das ist, das kommt bei sehr vielen an und sehr vielen gut an und er hat auch das Umfeld, was ist dementsprechend professionell abfedert, wie halt Leute wie Michael Zink oder Hellmann auf der anderen Seite und, was man auch nicht vergessen darf, weiß nicht, ob er, ob er ihn dazu gebracht hat, aber an dem Abend, an dem Tag, ist ja, äh, Niko Kovac auch zum Mitglied geworden, zum lebenslangen Mitglied der Frankfurt-Eintracht, äh, finde ich auch ein schönes Statement, egal was mit Niko Kovac irgendwann mal sein wird, wenn er dann irgendwann die Bayern trainiert oder dann irgendwie mit Dortmund die Champions League gewonnen hat oder was weiß ich, ähm, wird er trotzdem immer Eintracht-Mitglied sein und das hat er auch rational begründet, das ist sein erster Profitrainer-Verein in Deutschland, dass er so eine besondere Beziehung hat und das sind halt so Kleinigkeiten, die, und das muss ich sagen, am Ende des Tages habe ich mich dem Verein mal wieder näher gefühlt, was natürlich schön ist. Ja, okay, ich sage vielen Dank für die Ausführungen, dass du es so ein bisschen transportieren konntest, ich war vorher auch so ein bisschen ängstlich, weil ich auch dachte, das wird so ein bisschen kontroverser, war es zu sehen, dass diese ganzen Anfeindungen und dieses Trouble machen und Trollen und so, dass das einfach auch nicht funktioniert hat, sondern das Wahlergebnis ist eindeutig, die Eintracht hat dadurch sogar ein bisschen überregionale Aufmerksamkeit bekommen im positivsten Sinne, was ich auch ganz gut finde. Ja, und man kann eigentlich nur den Strich drunter machen und sagen, Frankfurt bleibt stabil und lässt sich gar nicht auseinander dividieren. Also so, dass du das Gefühl hast, wir werden jetzt hier irgendwie in zwei Lager aufgeteilt. Das ist so ein Kram. Klar gibt es den auch, aber der hält sich meiner Meinung nach noch verhältnismäßig in Grenzen, wenn man das mit anderen Stellen in Deutschland vergleicht. Und ich finde einfach gut, dass das auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gemacht wurde und nicht so bemüht, sondern irgendwie kommt es bei der Eintracht auch authentisch rüber, weil man es ja auch im Endeffekt jetzt in Anführungszeichen nachweisen konnte mit Aktionen, die schon lange zurückliegen auch. Also es wirkt jetzt nicht so, als hätte die Eintracht das so aus einem modischen Grund gemacht, weil das halt gut ankommt so. Sondern die Eintracht, das liegt in der Tradition der Eintracht auch. Wir haben das hier Boa Haus, wir hatten diese United Colors auf Wemble Town, Badesalz hat sich in der Richtung engagiert. Das passt zu uns. Wir haben jetzt eine internationale Mannschaft. Wir sind alles, jeder Frankfurter sieht sich eher als Frankfurter als halt. Eigentlich ganz cool. Also das Einzige, was mich interessiert, wo ich herkomme, ist nicht aus Deutschland, sondern eher aus Frankfurt. Und das haben wir auch bei gewissen, das haben wir auch bei den AfD-Demonstrationen gesehen, wo da 30 Leute rumgestanden haben und die anderen in der Überzahl waren. Ich finde das gut, dass wir da alle so zusammenhalten. Hoffe, dass das so bleibt. Und es ist ja ehrlich gesagt, dass die Eintracht, wir haben uns das glaube ich hier auch schon mal vor einem Jahr oder so gewünscht, als wir über Christian Streich geredet haben, der auch viele gute Ausführungen hatte. Ich finde auch gut, dass der nicht der Einzige bleibt, der sich vielleicht auch neben St. Pauli, da gibt es ja auch den einen oder anderen Funktionär, die auch viele gute Aktionen machen bei St. Pauli. Aber dass die Eintracht auch klar sich positioniert und eben nicht rumlaviert, was ich trotzdem denke, wie viele andere. Viele andere wollen dieses Eisen gar nicht anfassen, weil die Schiss haben. Aus Bequemlichkeit zu sagen, da gibt es aber Stress von der anderen Seite. Die Eintracht hat es derzeit gemacht, hat natürlich auch Gegenwind bekommen. Aber ich finde, dass die Eintracht auch gezeigt hat, dass die Eintracht vielleicht auch anderen gezeigt hat, so schlimm ist dieser Gegenwind nicht, wenn man zusammenhält. Also macht euch mal nicht in die Hose und ihr könnt euch ruhig auch ein bisschen deutlich äußern, was glaube ich ein gutes Zeichen wäre. Also ich finde, ich muss sagen, ich glaube, dass es nicht so ist, dass es, ich sage jetzt, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es aktuell gar nicht so in die Zeit passt, sich dagegen zu äußern, auch wenn das viele AfD-Menschen einem momentan weismachen wollen, die sich selbst mit einer unglaublichen Opferrolle schmücken und abstruse Quervergleiche ziehen, die keiner historischen Prüfung standhalten würden. Aber dadurch, durch dieses Opfergetur und auch gleichzeitig durch dieses grobe Vergleiche ziehen und so weiter, dieses Herumlamentieren, versuchen sie schon Druck auszuüben, gleichzeitig aber auch mit halt dieser Extrem-Internet-Wut, das muss man schon sagen, versuchen sie gewisse Stimmungen zu transportieren, selber zu, ja, wie soll ich sagen, Richtungen zu bewegen. Ja, da gab es vor einiger Zeit auch diese ganze Kika-Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo es um Dokumentation ging, die ja sehr kritisch gesehen wurde und so weiter und so fort, wo die ja auch in der Richtung, sagen wir, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vieles versucht haben zu drehen. Also du merkst schon, da ist schon Macht und Wut da. Umso wichtiger, dass die Eintracht halt das trotzdem gemacht hat und trotzdem, obwohl es nicht en vogue ist, sich gewohnt, unpolitisch zu geben oder so, sondern klar Kante zu beziehen oder klare Stellung zu beziehen, das war sehr wichtig und was für mich eigentlich noch viel wichtiger war als jetzt nochmal die Bestätigung dessen, war, dass es wirklich eine intrinsische Motivation ist. Denn ich habe gemerkt, bei Ausführungen, obwohl sich einer relativierend geäußert hat, kam sofort wie aus der Pistole geschossen ein unglaublich smarter Kommentar von, wie gesagt, dem eben genannten Michael Zink, das war keine Rede, die er sich lange überredend ausgedacht hat, das kam aus der Pistole geschossen. Warum? Weil er genau das gedacht hat und das sind für mich diese wichtigen Momente, dass wir uns hier nicht nur irgendwas aufschreiben und das irgendwie gebetsmühlenartig dann irgendwie runterbeten, sondern dass es genau von innen herauskommt, dass es ein Gefühl ist, nee, sowas passiert bei uns nicht und ja, wir haben diese unterschiedlichen Sparten, zum Beispiel Boxen, wo es natürlich mehr von den Mitgliedern mit einem Migrationshintergrund gibt, weil Boxen halt da noch ein angesagter ist und aber das ist für die, also für Boxen ist ja unglaublich wichtig, auch in Frankfurt und so weiter und so fort, aber da wird zusammengearbeitet, es gibt Flüchtlingsprojekte und so weiter und so fort von der Eintracht, die tut sehr viel sozial und man darf eins nicht vernachlässigen, mit 50.000 Mitgliedern ist die Frankfurter Eintracht einer der wichtigsten, absolut wichtigsten sozialen Vereine in ganz Hessen und die hat eine Verantwortung und es geht nicht die ganze Zeit gegeneinander, 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 sondern es muss miteinander gehen und dann kommt noch die Komponente dazu, wenn sich der eine oder andere jetzt dadurch angegriffen fühlt, weil er sich aus irgendeinem Grund der AfD näher fühlt, da ist ja für ihn trotzdem nicht der Weg abgeschnitten zu sagen, naja gut, er muss sich nur selber hinterfragen, da ist ja nicht der Weg abgeschnitten, du bekommst, der bekommt ja jetzt nichts, wird ja nichts abgeschnitten, er muss sich nur fragen, kann ich eigentlich in diesem Umfeld leben und vielleicht ist es doch gar nicht so verkehrt, wieder mit meinen Mitmenschen in Kontakt zu treten und vielleicht zu sagen, okay, guck mal, das sind 99 Prozent, die denken alle anders als ich, vielleicht bin ich doch nicht das eine Prozent, das denkt, dass die Erde irgendwie flach ist und irgendwie alle anderen Menschen außer ich irgendwie total böse sind, das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ihr wisst, was ich meine und vielleicht, dann gibt es trotzdem wieder einen Diskurs und es gibt immer verschiedene Schattierungen, es gibt bei der, sowieso Parteidiskurs, da gibt es die wählen das und die anderen wählen das und trotzdem sind sie alle bei der Eintracht und so ist es halt, aber trotzdem, der Diskurs darf, den haben wir nicht abgeschnitten, aber wir haben die klaren Kanten, die klaren, die klaren Rahmenbedingungen jetzt wieder gesetzt und das finde ich eigentlich ganz gut und dass die Eintracht als einer der ersten Vereine ist, die das machen, finde ich sowieso super und dann bin ich noch einen ganz kurzen letzten Satz und dann bin ich wirklich fertig zu sagen, man merkt, wie abseitig deren Argumentationslinie von AfD und AfD-Anhängern ist, wenn du siehst, wie Fischer angegriffen wurde und zwar nicht nur er persönlich, was natürlich auch klar ist, ich meine von höchster Ebene angegriffen von größter Führungsebene der AfD mit niedrigsten Worten, das zeigt auch nur, dass deren argumentative Linie zum einen wenig haltbar ist und zum anderen das Niveau auch irgendwo übrig bleibt oder auf der Strecke bleibt, aber da wundert man sich nicht, aber dass auch seine Familie krass angegriffen wurde, explizit übrigens sein Sohn, der in den sozialen Medien unfassbar viel abbekommt und das zeigt für mich eigentlich, dass wir uns auf einem diskursiv armem Niveau befinden, gleichzeitig disqualifiziert es aber auch die Leute, die genau das tun und umso besser ist es, dass wir klare Haltungen beweisen und dass wir sowas gar nicht zulassen. Damit bin ich fertig. Ja, finde ich auch wichtig und ja, da war mir das gesagt, das passt halt auch perfekt in die Zeit jetzt, wo du dich echt gut fühlst und denkst. Hier sind einige coole Sachen am Start und ich hatte ein bisschen Bedenken, dass diese Sache sich irgendwie dramatisch entwickelt, aber eigentlich ist ja alles in Ordnung. Also klar, aber was der Marvin auch gesagt hat, finde ich auch wichtig, das darf jetzt auch nicht dabei bleiben, das darf jetzt nicht so eine einmalige Sache jetzt wegen der Jahreshauptversammlung sein und wegen den Äußerungen, sondern das muss einfach konstant jetzt fortgeführt werden und dann denke ich, da wird es dann auch keinen großartigen Stress mehr geben und man kann wieder in den Diskurs gehen, was der Marvin gesagt hat, weil diese Einordnung zu sagen, man muss die Rahmenbedingungen abstecken, den finde ich sehr wichtig, das müsste eigentlich an allen anderen Stellen auch getan werden. Zu sagen, klar gibt es verschiedene Meinungen, aber ich habe irgendwie das Gefühl heutzutage, jeder Mensch hat sich ja selbst beim Playstation-Spiel oder bei der Cola oder bei der Pepsi, du musst dich ja bei jedem hast das Gefühl, die Leute bekriegen sich nur noch. Ja, genau. Ja, ich spiele Pro Evolution, du spielst FIFA, du bist Messi, ich bin Ronaldo. Meine Güte, man kann auch Messi und Ronaldo geil finden. Ja. Man kann auch mit jemandem, der Messi geil findet, dann trotzdem auch kicken gehen. Also das ist so, ich habe das Gefühl, die Menschen wollen sich nur noch streiten und da ich sehe, aber das so, dann kann ich mit denen reden. Es denkt halt wirklich jeder irgendwie nur noch an sich und nicht mehr an die anderen. Also jeder, doch du hast schon sehr oft das Gefühl, dass die Leute erst in erster Linie sehr stark an sich denken und auch immer der Meinung sind, dass sie die Einzigen sind, die recht haben. Ja, und ich glaube, das ist noch eher als das Denken an sich, ist glaube ich, dass das Denken, dass das andere, das was nicht so denkt wie ich, gefährlich ist. Genau. Also ich meine, ja, also ich meine, das ist sehr schwierig, diesen Diskurs jetzt runterzubrechen, aber wir hatten lange Zeit einfach Rahmenbedingungen, wo wir uns gesagt haben, das und das geht einfach nicht und das finde ich vollkommen okay, aber diese Grenzen werden natürlich von Parteien, die eben schon genannt wurden und von solchen Gruppen natürlich versucht aufzuweichen, weil sie eigentlich grundsätzlich einen antidemokratischen Gedanken haben und wir müssen sehen, dass wir die Grenzen dieses Rahmens einfach wieder aufbauen und dann insgesamt da wieder dazu kommen, das wirst du nie mit allen erreichen, auch im Stadion, auch ist ganz klar, dass die Mitgliederversammlung nicht repräsentativ ist dafür, dass was im Stadion passiert, weil im Stadion gibt es natürlich Rassisten und da gibt es Assis, die auch irgendwie, wenn irgendwie dann mit Migrationshintergrund da rumläuft, dann werden die denen auch bepöbeln, das ist halt einfach so, aber für uns ist das wichtig und ich glaube, das ist eine Direktive, die wir jetzt haben oder erneut haben oder eigentlich die ganze Zeit hatten, dass wir sagen, ja, aber weißt du was, wenn ich das höre, muss ich halt auch mal was dagegen tun und ich hoffe, dass du dann mit zehn Leuten da nochmal sagen kannst, Alter, was ist mit dir los, so geht es halt nicht. Das ist ein täglicher Kampf und mal fühlt man sich stark genug, mal fühlt man sich vielleicht nicht stark genug, aber wir wissen jetzt, glaube ich, dass von der Grundkonstitution her, dass das die Leitlinien des Vereins sind, in dem wir uns eigentlich auch zu Hause fühlen müssen, weil ich glaube, viel wichtiger als ein Konstrukt wie ein Land, glaube ich, kann ein Verein ganz andere Emotionen repräsentieren und auch für ganz andere Zusammenhänge, ja, emotionale Zusammenhänge sorgen, natürlich auch aufgrund, wenn es mal Erfolge gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, daran müssen wir uns festhalten und wir müssen versuchen, schon wenige Leute auszugrenzen, aber auch gleichzeitig zu sagen, bis hierhin kein Schritt weiter. Aber es darf halt nicht bei den Wort, bei den Lippenbekenntnissen bleiben, da muss viel aktive Arbeit, da muss der, das Eintracht-Museum muss finanziell weiter unterstützt werden, damit die Aufklärungsarbeit leisten können, da muss es neben hier, in der Jugendarbeit muss viel passieren, da muss es auch die Aktion geben, dass Kinder, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, aber zum Beispiel nicht das Gefühl haben, dass bei uns jüdische Mitbürger gleichwertig zu akzeptieren sind, dass Religionsfreiheit überall gelebt wird, ja, das sind ja auch so kleine Punkte. Da gilt es überall auch dran zu arbeiten. Das ist ja nicht nur der Ronny aus dem Odenwald, ja, das sind halt alle, die irgendwie vielleicht auch mal die Gedanken haben oder vielleicht, wo das Weltbild ein bisschen quer liegt, aber daran müssen wir halt einfach arbeiten. Ich denke, in einem Verbund können wir das schon machen, wenn uns klar ist, was die Leitlinien einfach sind. Ich denke dann, wenn das mit die finanzielle Unterstützung hat, wo es genügend Leute gibt, die das eben auch hauptberuflich machen können, dann sehe ich die Zukunft gar nicht so negativ und gerade nicht für die Eintracht. Und jetzt bin ich ruhig. Gut. Haben wir noch irgendwas zur Mitgliederversammlung vergessen? Glaube nicht. Dann würde ich sagen, machen wir hiermit das Kapitel Aktuelles zu und kommen jetzt zu einer unserer Lieblingskategorien, aber auch in der wird uns die AfD nicht ganz loslassen. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtigenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Dieses Intro ist immer noch so einfach. Ja, da hatte ich mal einen meiner guten Momente beim Zusammenschein. So, ich hatte es ja gerade eben schon angekündigt, die AfD lässt uns hier nicht so ganz los und die Mitgliederversammlung auch nicht. Von daher würde ich mal, bevor wir zu den mehr fußballbasierten Nominierungen kommen, mal damit anfangen. Und zwar haben wir eine Hörernominierung von Ed79TH und ich glaube, Marvin wird dieser Nominierung beistimmen. Und zwar der Herr Kräber von der Frankfurter Neuen Presse. Ich finde es ja lustig, dass du jetzt gleich schon in den AfD-Nähl gerückt hast, weil er gesagt hat, er ist nicht gemeint. Ja, wohl schon. Also es war sehr deutlich. Also es geht um seinen Beitrag, den er als Mitgliederversammlung geschrieben hat, wo er irgendwie ja auch ganz klar sagt, dass man in der Wahlkabine nichts zu suchen habe. Und also es ist ein sehr merkwürdiger Beitrag. Also ich habe sehr kopfschüttelnd da gesessen, als ich den gelassen habe. Und da waren für mich so ein paar Dinge zwischen den Zeilen wahrzunehmen, wo ich sage, also so ganz losgelöst von dem Thema bist du dann auch nicht, mein Freund. Nein, Daniel Kräber ist ... Der hat es auch nicht verstanden. Da hat man das Gefühl, der war da nie oder hat das nicht gelesen. Der war auch nicht da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der wird irgendwo abgeschrieben haben und hat da irgendwie so einen sinnfreien Beitrag draus gemacht. Weil was da drin steht, antwortet ja gar nicht auf was. Also das ist ja gar nicht, wo du denkst, okay, das ist eine Gegenposition, sondern der geht von völlig falschen Dingen aus. Weil genau das, was er bemängelt, wurde ja genauso kommuniziert. Also es ist doch klar, dass die Eintracht nicht kontrolliert, wer was wählt. Der hat Fischer auch wortwörtlich gesagt, der muss ja halt auch zuhören. Das ist halt trotzdem ... Ich finde viel deutlicher und viel moderater als Fischer das formuliert. Kann man es doch gar nicht formulieren. Da will es mir nicht in den Kopf, wie dann so ein Text zustande kommen kann. Der hat doch ganz klar gesagt, dass jeder, der Positionen von der AfD oder ähnlichen Gruppierungen vertritt, sich zumindest aber hinterfragen soll, ob das mit der Satzung in den Vereinen, in denen er scheinbar eintreten will und oder schon drin ist. Der muss ja sich trotzdem hinterfragen und das ist ja so. Weil da Sachen sind, die nicht miteinander kombinierbar sind. Er hat aber nicht gesagt, wenn er herausfindet, die haben einen AfD-Mitgliedsausweis, werden die rausgeschmissen. Ich verstehe gar nicht, wie so ein Artikel zustande kommen kann. Das Einzige, wo ich es mir mit erklären kann, ist natürlich, dass du wieder dann da fischen. Leute, die das halt kritisch sehen und die das abfuckt, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, die holst du im Endeffekt nur damit ab. Und denen ist es nämlich dann auch egal, ob das, was da drin steht, faktisch irgendwie richtig ist. Und das nervt mich einfach, weil das, da drehen wir uns für immer im Kreis. Wir müssen doch zumindest in der Gesellschaft irgendwann mal anfangen zu sagen, okay, jeder kann anderer Meinung sein, wir sollten aber trotzdem gucken, dass die Basis Fakten bilden. Aber das verschiebt sich ja immer mehr, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und das ermüdet mich irgendwie, weil, boah, das ist anstrengend, finde ich. Ja, also man muss ganz gleich festhalten, Daniel Gräber ist jetzt auch nicht kein Unbekannte. Also er ist jetzt jemand, der in der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit, gerade bei seiner, ja, also, wie soll ich das versuchen, irgendwie positiv zu formulieren. bei der Zeitung, bei der er schreibt, versuchte auf dem, im rechten Rand absolut zu fischen. Der Beitrag ist dazu, dich sinnbildlich für eine Verdrehung von Tatsachen, Behauptungen. Warum? Also ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht das Wort in den Mund nehmen, aber im Endeffekt ist es schon so, dass, wie er das macht, er verbiegt die eigentlich, die eigentliche Aussage so weit, dass sie an der Grenze zur inhaltlichen Richtigkeit ist, um es mal so zu formulieren. Das macht er bewusst, wie viele andere Medien, die noch weiter rechts außen schwimmen. Also ich meine, die FNP ist natürlich, also wenn wir nur mal als Einordnung für die Leute, die die FNP nicht kennen, was hoffentlich relativ viele sein werden, dass die FNP ist im positiven Sinne bürgerlich-konservatives Medium, hat sich aber in der letzten Zeit eindeutig noch weiter ins, ja, also zumindest Mitte rechts eingeordnet, natürlich mit diesem Kleinbürgerlichen. Da gibt es auch, gibt auch ein paar andere Kommentare, aber Mitte rechts, sie ist, würde ich mal sagen, das Gegenstück zur Frankfurter Rundschau. Logischerweise versucht sie dann dementsprechend das eher rechte Klientät abzubilden und Daniel Gräber tut sich da ganz deutlich hervor. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn man solche Texte, die werden wir nicht verlinken, seinen Text werden wir nicht verlinken, weil ich will, weil sein einziges Ziel ist, mit solchen Dingen Klicks zu erzielen. Die FNP ist natürlich jetzt aktuell natürlich ganz klar versessen, nachdem sie in der letzten Zeit nicht gut dastanden, egal, auf Gedeihenverderb irgendwie Reaktionen zu ziehen, Klicks zu ziehen und genau so ein Kommentar ist nur dafür da, im Endeffekt Werbekunden auf die Seite zu bringen und wie schaffe ich das, wenn ich sage, hier D&D-Beiträge sind gut geklickt worden. Das ist das einzige Ziel. Ich glaube, ich kenne Daniel Gräber nicht persönlich. Keine Ahnung, aber die Artikel, die er schreibt, die zielen alle darauf ab, dass sie eine rechtes Klientel bedienen, befriedigen sollen und Kommentare abgeben, die mit der Realität gar nicht viel gemein haben, aber die ein rechtes Weltbild pflegen. Und das zeigt sich hier erneut, dass er sich da natürlich angelegt hat, mit der Eintracht, die theoretisch, wenn sie so Artikel ernst nehmen, würden sie sagen, weißt du was, also ganz ehrlich, wenn ihr so Artikel weiterschreibt, ach hier, der Peppi Schmidt, der muss auch nicht bei jedem Eintracht-Spiel dabei sein. Also das können wir auch anders regeln. Ja, aber das macht die Eintracht dann halt natürlich nicht, weil Peppi Schmidt langjährige Korrespondent und so weiter und so fort, aber wenn man es mal weiterdrehen könnte, ja, also der jungen Freiheit würde die Eintracht vielleicht auch nicht zwingend eine Akkreditierung für das nächste Spiel erteilen. Also können wir mal darüber nachdenken, macht man nicht, finde ich auch besser so, dass man es nicht macht, das gehört dazu, aber ich will nur mal sagen, wenn man sich hier so an der Grenze befindet, naja, naja, aber auf jeden Fall muss man die Einordnung so treffen, dass der Gräber dementsprechend, der hat schon viele andere Stadtbeiträge geschrieben, die sich am rechten Rand getummelt haben, dass er alles, was links der Mitte ist, als linksextrem bezeichnet und so weiter und so fort, da, ich könnte eine Abhandlung dazu sagen, ich will einfach nur sagen, das war ein absolut schwachsinniger Kommentar, der Basti hat es da gut gesagt, das hat nichts, das von dem aufgegriffen, was eigentlich Sache war, es geht um eine intrinsische Überprüfung, kann ich eigentlich damit klarkommen, wenn ich auf der einen Seite eine Partei wähle, die offen eigentlich sagt, dass sie Ausländer hier raushaben will, wo andauernd auch Kommentare kommen, die antisemitisch sind, wenn ich mir angucke, dass gerade in Hessen jemand wie Glaser eigentlich fast ein nationalsozialistisches Gedankengut in sich trägt und auch die Äußerungen, wenn ich sehe, dass er nicht von Region, sondern von Gau spricht, dann weiß ich schon ganz genau, wie der Asie läuft, das sind nur so ganz kleine Dinge, ganz kleine Dinge, aber dass ich das dann damit vereinbaren kann, mit einem offenen, diskriminierungsfreien Raum, okay, ist die eine Sache, aber das sind halt, man darf das nicht vernachlässigen, die FNP sucht halt irgendwie ihre Klicks, aber ich denke, wir sollten sie ihr nicht geben und Daniel Gräber, weil ich den jetzt schon länger im Blick habe, bewirbt sich hier auch für den Ehrenlerry, weil wir haben ja am Ende des Jahres immer eine Ausschreibung, da sehe ich ihn schon relativ weit vorne. Dann schauen wir nochmal, wer von unseren weiteren Nominierten es da noch hinschafft. Wir haben noch etwas rund um die Mitgliederversammlung und zwar nominiert von Ed Benedikt G5 und zwar den Herrn Göbel, Michael Göbel von der AfD Wiesbaden, der ja eigentlich auf der Mitte der Versammlung einen Redebeitrag geplant hatte, diesen dann aber zurückgezogen hat, weil er die Stimmung im Saal zu populistisch fand. Ja, ach, brauchen wir noch gar nichts zu sagen. Das ist ein komischer, was weiß ich, wollte einfach Scheiß drauf. So Leute, weißt du, noch nicht mal die Eier, weißt du, auf der einen Seite immer will Tastenwund schreiben und was ist los hier, Fische, Wichse und so und dann auf der einen Seite nicht die Eier in der Rose haben. Ach komm, ganz ehrlich und das sind dann die Leute, die euch irgendwie, von denen ihr denkt, dass das irgendwie ganz, also keine Ahnung, hört jetzt ja hoffentlich keiner davon zu, aber von denen manche Leute denken, die dann die AfD wählen, oh ja, der kann uns dann mal im Bundestag vertreten, wenn er noch nicht mal bei der Mitgliederversammlung die Eier hat irgendwas zu sagen, nee, ich glaub nicht, glaub der will nur euer Geld. Das Einzige, was der will, ist, dass er sich, dass er ganz freundlich im Bundestag sitzt und eine schöne Rente kassiert beziehungsweise ein schönes Salär kassiert. Das ist nämlich genau, die machen nämlich genau das, was sie selbst kritisieren, was du tagtäglich sehen willst. Es tut mir leid, ich will jetzt nicht schon wieder abgleiten, aber das ist so ein typischer Pharisäer. Irgendwann kommen die Leute dann auch dahinter, fühlen sich dann auch von denen verarscht und dann sind sie in der Politik komplett verloren, aber ach komm, scheiß drauf. Ich hab übermorgen seinen Namen wieder vergessen und ist besser so. Mach das auch. Dann haben wir leider noch eine aus der Kategorie und zwar nominiert von, auf Twitter von unserem Hörer Juan Isnot Der und zwar nominierte die AfD Berlin, die sich ja so wunderbar rund um den Holocaust-Gedenktag versucht hat, in die Opferrolle zu bringen mit diesem Vergleich, dass ja damals es diesen NS-Erlass gab, woraufhin Juden aus deutschen Fußballvereinen entlassen wurden und jetzt dürfen, werden Mitglieder, AfD-Wähler aus Vereinen ausgeschlossen. Also noch blömer kann man sich gar nicht versuchen. Ja, fast gar nicht thematisieren. Man muss sich, wir haben ja gesagt, wir wollen so eine gewisse Grundbasis haben, das ist ja, was soll man dazu sagen, will ich eigentlich gar nichts zu sagen. Nee, will ich einfach nichts zu sagen. Also, mir ist auch leid. Ja, das ist anstrengend. Es zeigt sich aber, mit wie viel, mit wie viel, ja, versuchen die, da versuchen halt einfach sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen gerade. Ja, und die auch teilweise kriegen und irgendwie muss man nochmal eine Lösung finden. Das kann auch nicht sein, dass man da immer wieder drauf eingeht. Wir werden das übrigens auch alles nicht verlinken. Ich glaube, wir sehen, also wir müssen gewisse Grenzen auch ziehen. Man muss auch mal gucken, dass man vielleicht auch einfach probiert, das zu ignorieren. Egal wie dramatisch das teilweise ist. Aber ich will irgendwann dahin kommen, zu sagen, dass das, nicht, dass mich das nicht mehr interessiert, sondern, dass es einfach niemanden mehr interessiert und die dann auch das nicht mehr machen. Weil das, ein Troll muss auch gefüttert werden und die werden halt regelmäßig gefüttert und das nervt halt. Weil das eigentlich Sachen sind, die bin ich gar nicht, was soll das denn? Da hätte man nicht genug zu anderen Sachen zu tun. Ja. Also es ist ja auch Sachen, die Aufmerksamkeitsökonomie, das ist das, womit die spekulieren und mit denen, die auch ein Stück weit schon groß geworden sind, andere auch. Donald Trump genauso. so, also ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen. Aber im Endeffekt, wäre Donald Trump nie so groß geworden, hätte er die mediale Öffentlichkeit nicht bekommen. Also insofern, da müssen wir aufpassen und ich glaube, ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt, der von dem Juan is not there angesprochen wird. Kann man immer nominieren, aber im Endeffekt ist das Ganze, was mit den drei, mit der Hakenpartei passiert, einfach nur unsäglich. Das ist ein komischer Verein. Mein Güte. Sehr, sehr komisch. Lass uns wieder ein bisschen mehr ins Fußballerische gehen. Wir haben auch ein paar mehr fußballbezogene Nominierungen. Und zwar haben wir von unserem Hörer Ed Red Sports Fool, er nominiert einmal den DFB-Präsident Grindl, der war heute auf einem Podium gemeinsam mit Philipp Lahm beim Sponsors Verlag und er ist optimistisch, die Euro 2024 nach Deutschland zu holen. Unter anderem entscheidend für ihn, das sehr professionelle Kommunizieren von Philipp Lahm über Social Media. Geil, wir holen jetzt die EM nach Hause mit generic Tweets, von denen auch ein Roboter schreiben könnte. Voller Emotionen. Der hat ja auch nicht aufgehört nach seiner Spielerkarriere und der ist ganz modern da unterwegs. Super. Das klappt. Das ist natürlich auch ein Kicker-Argument, die EM herzuholen. Da kann man später auch sagen, wir hätten die EM nicht bekommen, wenn der Philipp Lahm nicht so modern getweetert hätte. Weißt du, es gibt ja mittlerweile so Bots, die kontrollieren, ob du selbst ein Bot bist oder ob du kein Bot bist. Und das gibt Mechanismen. Und bei Philipp Lahm, der muss glaube ich Angst haben, dass irgendjemand denkt, er ist ein Bot, weil er so schwachsinnig, langweilige Dinge twittert. Oh ja. Dann haben wir eine Doppelnominierung und zwar Uli Hoeneß, zweimal nominiert, einmal wieder von unserem Hörer at Red Sports Fool. Uli Hoeneß war auf der gleichen Veranstaltung und sagte dort zum Thema Premier League, klar gehen die ins Stadion, was haben die Engländer denn außer Fußball? Wir haben den Tegasee vor der Tür, da kann man auch mal hin. Eigentlich müsste man Uli Hoeneß fast genauso behandeln, da kann man auch irgendwann nicht mehr zu und das war eine Zeit lang lustig, mittlerweile kann ich auch nur noch den Kopf schütteln. Das ist ja nicht normal und das, was du gleich sagen, der kennt sich ja nicht mal geografisch scheinbar aus. Genau, haben wir noch eine Nominierung für Uli Hoeneß von Ed Superheld und Ed Christ ist Ed 1337 und zwar hat Uli Hoeneß wohl beim, gegenüber der Rheinischen Post gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass nur die Russen schuld daran waren, dass diese Grimm-Geschichte passiert ist. Also auf der einen Seite würde ich mich schon, also würde mich schon interessieren, wie man darauf kommt, ihn überhaupt sowas zu fragen. Ja, also ich denke, dann setzt du ja, also ich frage ja halt auch nicht irgendwie, ich frage jetzt auch nicht in der, also in der veganen Theke, in der veganen Theke frage ich auch nicht, wie denn Fleisch behandelt wird. Ja genau, also das ist, also jetzt auch, finde ich jetzt schwierig, aber wenn er das aus sich heraus gesagt hat, dann lässt es natürlich, ja muss ich sagen, dann lässt es natürlich darauf schließen, wenn er ein problematisches Weltbild hat, aber das wundert uns jetzt ja alle nicht so wirklich. Vielleicht ist es aus Sponsorensicht durchaus klug sagt, das kann ja auch sein, weil Hoeneß kann ich mir das alles gut vorstellen, aber zumindest ist es halt so, dass er den schwierigen Grimm-Konflikt, der wirklich auch sehr, sehr vielschichtig ist und ich glaube, da können ganz wenige von uns können sich da wirklich ein ganz klares Urteil bilden, weil ich glaube, viele von uns, ich auch nicht, haben ein durchdringendes Wissen, weil das so vielschichtig ist, aber ich würde behaupten, dass Hoeneß das auch nicht hat. Ja, aber dann lasse ich mich auch genau darum geht es. Es geht gar nicht um die Bewertung, die er vornimmt, sondern dass man weiß, okay, der weiß es mit Sicherheit nicht und da sollen sich bitte Leute äußern, die da mehr im Thema drin sind und er, ja, ich weiß ja nicht, lustig ist, dass er das im Mittelmeer verortet hat. Ich finde den Tweet, ich finde den Tweet von Peter Ahrens eigentlich viel geiler, am Ende des Tages ist es Putin zu verdanken, dass die Krim Russland erhalten bleibt. Genau, was eine wunderbare Überleitung zu unserem letzten Nominierten ist und zwar nominiert von Ed Vollraute, Kalle Rummenigge für seine Aussagen rund um diese Goretzka-Verpflichtung, dass wir doch zufrieden sein sollen, dass er der Bundesliga erhalten bleibt. Dann hat er noch einen draufgesetzt, hat er gesagt, nicht nur, dass er der Bundesliga erhalten bleibt, sondern hat er dann, nachher wäre er noch gewartet mal gegangen. Genau, der hat scheinbar nicht die für ihn erwarteten Reaktionen bekommen, hat gesagt, so, da muss ich es scheinbar nochmal sagen, scheinbar hat mich keiner gehört, der wäre sonst zum FC Barcelona gewechselt. Das kann für den deutschen Fußballer nicht gut sein, weil Toni Kroos hat natürlich durch seinen Wechsel zu Real Madrid einen riesen Leistungseinbruch. Da kann er der Nationalmannschaft nicht mehr helfen. Für mich war ein ganz schön abschiegt, dann zu Real Madrid oder zu Barcelona zu gehen. Ja, also Toni Kroos, dass er vom Bayern weggegangen ist, hat ihm echt geschadet, muss ich sagen. Ist, ja, also Leute, was reden wir denn hier? Soll ich jetzt ein bisschen Kalle Rummenigke dankbar sein, oder was? Ja, natürlich, ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre hier so. Und die sind noch alle, also die müssen sich doch mal jetzt auf ihre alten Tage auch beruhigen, die können sich doch zumindest irgendwie, was ist denn auch, Nagelsmann hat ja auch wieder losgegangen, ich habe das Gefühl, was ist denn los? Was ist denn mit denen? Das ist langweilig. Nagelsmann hat, was hat er jetzt wieder rausgehauen, irgendwas mit, er hat seinen eigenen Spieler quasi wieder kritisiert, die würden ja so viel Geld verdienen und können keine Standards verteidigen. Ich finde es halt geil, dass Nagelsmann sich eigentlich Woche für Woche mehr in die Scheiße reitet. Ich will ja nichts sagen, aber Hoffenheim hat jetzt auch wieder 5-2 verloren, ja, nachdem sie 2-0 geführt haben. Natürlich ist es gegen die Bayern, aber am Ende des Tages wird hier auch aus einem Hoffnungsträger, der so viel geil richtig macht und der Jugendgangster ist, ähm, warte mal, da bin Platz 9, naja, wollen wir nochmal drüber diskutieren. Also ich glaube, vielleicht sollte auch ein Nagelsmann darüber nachdenken, mehr Arbeit in die Trainingsszenerie zu setzen und weniger in seine sprachlichen Fähigkeiten bei Mikrofonen. Ja, also das ist so, der, 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 der denkt immer, er würde gesellschaftliche Debatten anstoßen, aber er weiß, weiß man gar nicht, was er will. Ja, ist schon sehr schwierig. Naja gut, aber sollen wir nicht von Karl-Heinz Rummenig abmelden, er ist in seiner eigenen Kategorie auch wieder ganz vorne dabei mit der Aussage, dass die Bundesliga doch gefälligste Dankbarkeit spüren sollen und ganz Fußball-Deutschland. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, Karl-Heinz, dass Goretzka weiterhin in der Bundesliga spielt, ist, wären wir sonst echt nicht gut gegangen. Weil der Emre Can, der ist auch jetzt völlig untergetaucht. Das ist natürlich echt blöd. Das ist schon schwierig, so als deutscher Spieler in anderen Ligen. Ja, so eine Auslandserfahrung ist natürlich auch für den deutschen Nationalspieler echt schlecht. Also Gündogan, Gündogan, Kroos, Can, Khedira, das ist ja... Sané auch. Nee, weißt du, genau, das geht ja nicht. Ja, guck mal, stell mal vor, was aus Breitner geworden wäre, werden der... Oh, warte mal, okay. Naja, oder auch Rummenig. Genau, hätte vielleicht irgendwas anderes... Rummenig weiß aus eigener Hand, dass es extrem dramatisch ist, wenn man bei ausländischen Vereinen spielt. Ja, genau. eine Schreckenszeit bei Inter Mailand. Inter Mailand, das ist natürlich echt blöd. Da leidet er heute noch drunter, vielleicht auch deswegen hat er diesen Schutzmechanismus eingebauten. Und der Uli Höhl ist, der kommt, soll sein FC Deutschland aufbauen, das freut uns doch. Habt ihr noch weitere Nominierte, oder reicht das? Wir haben ja doch eine ganze Reihe. Ich denke, sollte. Sollte, gut, dann haben wir eine längliche Nominiertenliste, ihr könnt wieder abstimmen und wir müssen natürlich noch auflösen, wer denn in den letzten Wochen müssen wir sagen, gewonnen hat, weil wir haben jetzt zwei Abstimmungen aufzulösen. Ich habe die von der vorletzten Woche, da hatten wir euch ja gefragt, wer es denn werden soll. Da hatten wir zur Auswahl alles Weidel, Oliver Minzlaff, Julian Nagelsmann und Mario Basler und mit 56,4% gewonnen hat Oliver Minzlaff. Herzlichen Glückwunsch. Keine Grüße. Keine Grüße. Genau. Und dann müssen wir noch auflösen von letzter Woche und das kann der Marvin glaube ich sagen. Ja, letzte Woche hatten wir, also eigentlich vor zwei Wochen, haben wir auch wieder die Frage gestellt und da gab es einmal die Sky-Kommentatoren, dann gab es Kalle zu Gast bei Wonti, was natürlich eigentlich auch nach Klassiker riecht und Bobic für seine Aussagen zum Acker im Stadion gewonnen hat. Eigentlich mit einer klaren Mehrheit, also fast die absolute Mehrheit, 50%, Bobic für seine Aussagen zum Acker. Mittlerweile sieht der Rasen ja wieder sehr, sehr schön aus, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Trotzdem, ja, Gratulation an Bobic, der ja aber auch jetzt wieder hellere Zeiten hat, insofern alles gut. Aber trotzdem, einmal hat er den Preis kassiert. Was ich noch ganz kurz sagen will, mir fällt gerade auf, wir thematisieren echt viel zu oft die AfD, wenn ich schon höre, dass vor ein paar Wochen war die Weidel. Wir müssen damit jetzt auch mal wieder aufhören. Wir dürfen dieser Partei nicht noch mehr irgendwie aufmerksam werden. Ja, wir machen es mehr. Ja, okay. Gut, dann kommen wir zu den Empfehlungen, wenn wir denn Empfehlungen haben. Ich habe nichts, ich bin die letzte Woche ja ein bisschen außer Gefecht gewesen und kann von daher jetzt nicht allzu viel empfehlen. Habt ihr denn was, was ihr... Ich würde erstmal grundsätzlich do-not-link.it empfehlen. do-not-link.it Das ist eine Seite, wenn ihr irgendwie questionable Inhalte weiter teilen wollt, aber wollt nicht, dass die höher gerankt werden bei Google oder so, dass sich deren Suchmaschinen-Status positiv verändert, wie das ja der Fall ist, wenn du halt was öfter anklickst. Wie jetzt zum Beispiel jetzt diesen deine Gräberartikel, Gräberartikel, ja, dann würde ich das immer mit einem do-not-link.it machen. Das hilft, um, ja, merkwürdige Inhalte nicht noch besser zu positionieren. So ganz grundsätzlich mal gesagt. Ansonsten habe ich Empfehlungen, habe ich Empfehlungen? Ja, also wenn ihr Wrestling geil findet, dann solltet ihr eure... Royal Rumble. Von den Royal Rumble jetzt nicht so schlecht und richtig geil fand ich halt NXT davor. Ich war auch, also die WWE hat es tatsächlich geschafft, zwei coole Chancen hintereinander zu machen. Bin gespannt, wie Raw gestern in die Binsen gegangen ist, weil drei in a row geht natürlich nicht, aber wieder mal, wenn es sagt, NXT ist noch mal ein Stück besser gewesen, aber auch den Royal Rumble konnte man sich anschauen mit einer kleinen überraschenden Musik am Ende und einem kleinen und coolen Auftritt. Ja, auf jeden Fall. War interessant. Es hat nicht alles so wirklich rund, es war nicht alles rund, aber es hat viele gute Ansätze gehabt und ja, nach dem absolut desaströsen 25-jährigen Raw, der hat es eine Woche zuvor, das war übel, glaube ich, die allerschlimmste Veranstaltung seit wirklich vielen Jahren war, wo ich echt gedacht habe, waren die alle dauerbesoffen, als ihr so auf so eine Scheiße gepuckt habt. War das jetzt schon ein Aufwärtstrieb, aber ich habe immer das Gefühl, dass die, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die WWE eigentlich alles richtig macht bei NXT und du siehst, Alter, da geht alles und da passiert so viel Gutes und du denkst, okay, warum haben die dann Raw so eine Scheiße gepuckt? Keine Ahnung, also das wird für ewig ein Mysterium bleiben, immerhin haben wir noch gute Produkte und wie gesagt, der Rumble war nicht verkehrt und also das Ende von beiden Rumbles, sowohl beim Frauen als auch beim Männer Rumble, fand ich ziemlich geil gepuckt, muss ich sagen. Ja, ich hatte beim Männer Rumble echt Schiss am Ende kurz. Aber Gott sei Dank, ja gut, wir wollen es nicht spoilern. Ich habe noch eine Empfehlung. Ja, sehr gerne. Und zwar ein Bildband von Hendricks Buchheister, der heißt Choreo, Kunstwerke aus deutschen Fußballfankurven und da haben wir noch ein paar Bilder von Eintracht, von der Oka Nikola Choreografie mit ein paar Erklärungen dazu. Bin noch nicht ganz durch, aber zumindest die Bilder habe ich mir schon allein geschaut und da sind teilweise echt beeindruckende Choreografien dabei und für jeden, der auf sowas steht und da sind vielleicht ja ein anderer Eintracht-Fan dabei, weil der Eintracht ja auch ganz vorne dabei ist bei sowas, wird das glaube ich begeistern. Okay. Sehr, sehr, sehr interessant. Klingt nicht verkehrt, ich schmeiße die Links dazu, wie immer, in die Shownotes zur aktuellen Folge 293. Und ich würde mal ganz stark behaupten, damit sind wir nach an die zwei Stunden oder etwas über die zwei Stunden Aufnahmezeit dann auch langsam mal am Ende, es sei denn, wir haben irgendein wichtiges Thema vergessen für diese Woche anzusprechen. Nee, ich bin jetzt auch echt durch jetzt, ja, und hoffe, dass einige Themen nie wieder thematisiert werden, weil sie hoffentlich nie wieder so relevant werden, aber nee, ich glaube, wir haben es für heute. Gut, dann machen wir den Sack zu, allerdings nicht ohne all den Spendern und Spenderinnen und Unterstützern und Unterstützerinnen und Kommentatoren und Kommentatorinnen da draußen Danke zu sagen. Ihr wart die letzten Wochen, muss man sagen, echt fleißig. Wir hatten ja mit dieser Patreon-Umstellung so ein bisschen Struggle, aber viele von euch sind, wie wir es ja empfohlen haben, auf Überweisungen gegangen und haben da dann auch gleich irgendwie so für das ganze Jahr im Voraus was bei uns in den Hut geworfen. Dafür vielen, vielen Dank, aber natürlich auch ganz viel Dank für all die Menschen, die hier Tumschwätzer nominieren, die uns lange E-Mails schreiben, die Kommentare schreiben, die Dinge auf Facebook kommentieren, die generell mit uns hier in Kontakt stehen. Das macht dann doch vieles von der Vorbereitung und auch von der Zeit zwischen den einzelnen Folgen sehr viel angenehmer und wir kriegen immer mehr Dinge mit, die wir so vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben. Von daher vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns hier so regelmäßig unterstützen. Oh ja, vielen Dank, ist echt immer wieder eine Freude. Jetzt auch gerade wieder die längere Mail vom Superheld jetzt, die du ja auch vorhin schon angesprochen hast, sind alle schon geil. Also da haben wir ja wirklich ein geiles Feedback, können wir auch gut mitarbeiten. Also auch wenn es negativ ist, wir hatten jetzt was Längeres, was ein bisschen negativer war, weil wir uns über die Eintracht zu negativ geäußert haben. Völlig legitim. Also Leute, was ihr meint, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, deswegen sind wir da, da haben wir, deswegen sind wir auch, treten wir mit euch in Diskurs und wenn ihr meint, was wir scheiße gemacht haben, ja dann sagt es uns, das ist ja auch kein Ding. Darüber, dann werden wir das irgendwie auch behandeln und dann geht es immer weiter. Insofern, alles cool. Genau, Basti steht ja jetzt sowieso ein bisschen unter Beobachtung, da wird es wahrscheinlich demnächst noch einen längeren schriftlichen Bericht. Erzähl mir das nicht, das finde ich so gruselig. Gut, dann machen wir den Sack hier zu, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und in der nächsten Woche melden wir uns in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 Das ist ja noch mein Gott! Hey! 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 Das ist ja noch mein Gott! Hey 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 Es que an a man vor Hey 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 Es que an a man vor Outro Outro